Wir sind wieder zurück mit einem weiteren Podcast bei Brabus Connects und ich freue mich heute ganz besonders auf einen spannenden Gast, der insbesondere für Schüler und inzwischen auch Azubis in Deutschland eine bekannte Größe sein dürfte und vielen, vielen, vielen dabei geholfen hat, ihren Schulabschluss zu machen und zwar mit seiner eigenen Lernplattform. Er ist 28 Jahre alt, geboren in Baden-Württemberg, lebt in München und hat in der 11. Klasse mit seinem heutigen Co-Founder Nikolaj Schork gemeinsam den YouTube-Kanal The Simple Math gegründet. Ein YouTube-Kanal, der sich dann weiterentwickelt hat. 2015 haben die beiden ihre eigene GmbH gegründet, heute die Simple Club GmbH mit inzwischen an die 100 Mitarbeitern. Sie erreichen mehrere Millionen Menschen im Monat über die sozialen Medien und haben über zwei Millionen Nutzer ihrer Plattform im Monat, gewinnen auch immer mehr Unternehmen als Kunden hinzu. Spannende Entwicklung, natürlich auch deren Azubis, weil diese Unternehmen mit Simple Club ihre Azubis besser ausbilden wollen. Ich habe mich heute sehr auf das Gespräch gefreut, weil wir bei Brabus natürlich auch viele junge Menschen im Unternehmen haben. Tatsächlich immer mehr junge Menschen auch dazukommen, weil wir als Unternehmen wachsen und wir natürlich darauf angewiesen sind, diese Youngster auch auszubilden. Je besser sie ausgebildet sind, je schlauer sie sind, je mehr Spaß sie am Lernen haben, je besser sie lernen zu lernen, desto besser können wir sie einsetzen. Je höher sind aber auch die Karrierechancen dieser jungen Leute. Zweitens, ich selbst habe in der Schule tatsächlich teilweise horrormäßige Erfahrungen gemacht, was das Thema Lernumfeld angeht. Der eine oder andere kann sich vielleicht damit identifizieren, das Mathebuch zum neunten Mal von vorne nach hinten zu lesen und immer noch nicht zu wissen, was los ist. Ich glaube, das können wir besser, wenn wir uns in Deutschland nicht selber im Weg stehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir heute ein bisschen über das Thema Bildungssystem in Deutschland sprechen werden. Und nicht zuletzt stehen wir hier bei Brabus natürlich voll auf dem Gaspedal seit vielen, vielen Jahren zum Thema Digitalisierung. Und auch da, glaube ich, gibt es den einen oder anderen Punkt, zu dem wir uns austauschen. Wir sprechen heute darüber, was SimpleClub eigentlich ist, wie Alex und Nikolai es führen und wie es funktioniert, wie es erfolgreich geworden ist und wie die Reise weitergehen wird, was sich im Bildungssystem in Deutschland ändern muss und wie die letzten Jahre Alex Leben verändert haben, dadurch, dass er Unternehmer geworden ist. Kleiner Disclaimer, wir arbeiten bis heute nicht zusammen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und insofern mache ich hier keine Werbung irgendeiner Art und Weise, sondern freue mich wirklich auf den Austausch mit einem befreundeten Unternehmer. Lieber Alex, Co-CEO von SimpleClub, schön, dass du da bist. Vielen Dank, freue mich sehr drauf. Lass uns mal einsteigen. Was ist dein Job bei SimpleClub? Wie siehst du selbst deine Aufgabe? Boah, die Frage hätte ich vor einem Jahr nochmal anders beantwortet als jetzt. Wie du weißt, ändert sich die Rolle total oft. Heute ist es so, dass mein Mitgründer und ich das so ein bisschen aufgeteilt haben in Innen- und Außenminister. Mein Mitgründer ist quasi derjenige, der sich mehr um Produkt, Tech und so weiter kümmert. Ich bin mehr für Business Development, Sales und auch Investment Relations zuständig. Ich glaube aber, dass wir beide in der kombinierten Rolle dafür zuständig sind, ähnlich wie du wahrscheinlich auch, quasi zu überlegen, wo die Richtung hingehen soll. Was ist SimpleClub in 10 Jahren, in 20 Jahren, wie soll das auch werden? Und das Interessante ist, glaube ich, auch, wir haben ein Mindset, was sehr nachhaltig ist. Wir wollen daraus etwas machen, was uns selber auch überleben wird. Und wirklich einen Impact in der Bildung hat. Es ist spannend, dass du jetzt direkt in der ersten Antwort genau darauf eingehst, was ich eigentlich als klassischen Gegensatz empfinde. Insbesondere zwischen amerikanisch getriebenen Startups und natürlich deutschen Familienunternehmen. Deutsche Familienunternehmen meistens sehr, sehr langfristig im Denken. Aber lass uns mal so einsteigen. Du bist jetzt Unternehmer. Ihr habt angefangen in 2012 wirklich mit dem eigenen YouTube-Kanal. Jetzt bist du damals in der 11. Klasse gewesen. Und auch wenn ich mir meine eigene Geschichte so anschaue, wie ich bei uns ins Unternehmen gekommen bin, gibt es ja viele Dinge, die ergeben sich einfach. Und es gibt natürlich auch Dinge, über die man nachdenkt. Wie hat das angefangen? Also mein Mitgründer und ich, wir kennen uns seit der 5. Klasse. Und irgendwann, während wir so in der Mittelstufe waren, kam dieser Film über Facebook raus, das Social Network. Und dann haben wir uns das angeguckt und dachten so, oh mein Gott, wir müssen auch eine soziale Plattform entwickeln. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und zusammen die soziale Plattform entwickelt, die dann auch bei unserer Schule schon genutzt wurde. Ein paar Leute hatten das. Ach, tatsächlich? Wir waren in der 9. Klasse oder so. Und das hat ähnlich funktioniert wie damals Google Plus, dass es ja nicht mehr gibt. Und wir wollten es gerade veröffentlichen und dann kam, ich weiß noch, in der Computer-Bild damals, dieser vollseitige Artikel über Google Plus. Das wird das nächste Facebook, wird riesig. Und wir dachten so, shit, die haben unsere Idee geklaut. Was waren die Features? Was konnte man damit machen? Facebook war ja sehr One-Stream quasi. Also du hast einen Post, der wird geliked, der wird in den anderen Netzwerken auch gespielt. Du konntest noch nicht so Circles machen oder kleinere Gruppen, also quasi Communities bauen. Und bei uns war die Idee eher, diese Communities zu schaffen, mit dem Ansatz auch ein bisschen, ich sag mal, intellektuelleren Content auch zu sharen. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid bis heute Co-CEOs der Simple Club, inzwischen der Simple Club GmbH. Und das ist jetzt auch das Erste, was ich sehr beeindruckend finde und was ich auch in sozusagen meiner eigenen oder der Geschichte meiner Familie wiederfinde, dass verschiedene Leute sich gefunden haben, die dann sehr, sehr lange miteinander arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich. Was war das, was Nikola und dich verbunden hat? Wie habt ihr zueinander gefunden? Ich glaube, der Kern ist die Freundschaft. Und das klingt super cheesy, aber wir haben extrem oft darüber geredet. Deswegen glaube ich, kann ich sehr gut reverse-engineeren. Also das war wirklich der Kern. Aber es gab eine Story, die das wirklich geil auf den Punkt gebracht hat, warum es funktioniert. Und das war während meinem Studium oder während unseres Studiums waren wir bei mir in Karlsruhe. Ich habe am KIT studiert und da waren wir... Genau, Maschinenbau. Genau, Maschinenbau. Wertschlag, glaube ich. Genau, haben wir noch fertig gemacht. Und dann waren wir in irgendeinem Keller, in so einem Gebäude und haben uns da eingeschlossen, weil wir so einen Workshop machen wollten. Wo geht es jetzt hin? Und ich weiß auch, wie wir auf die Idee kamen, uns in andere Räume zu setzen und dort quasi runterzuschreiben, wie stellen wir uns die Firma langfristig vor, wie stellen wir unsere Rolle uns jeweils langfristig vor. Jeder eine halbe Stunde im getrennten Raum. Kam zurück und haben uns das vorgelesen. Und dieser Moment war super crazy, weil du quasi Dinge offenbarst, die du selber noch gar nicht irgendwie im Kopf hattest, bevor du dich mal aktiv damit auseinandersetzt. Und wir haben uns das gegenseitig vorgelesen und gemerkt, das matcht perfekt. Einmal hatten wir genau das gleiche Ziel mit der Company. Es war jetzt nicht so, dass der eine nach einem Jahr einen Exit machen will oder andere. Was stand drauf, wenn ich fragen darf? Was habt ihr als Ziel damals aufgeschrieben? Damals stand drin, und das war damals nur, als wir diese YouTube-Kanäle hatten, da stand drauf, wir wollen mit SimpleClub verändern, wie Menschen auf der ganzen Welt lernen. Und das hatten wir beide in unserem Text irgendwie drin. Und vorher hatten wir da gar nicht großartig drüber gesprochen. Interessant, auf der ganzen Welt kommen wir gleich noch wieder, ganz aktuelles Thema kommen wir gleich noch wieder drauf zu. Genau, ja. Und das war der Kern, weil ich glaube, wenn du Co-Founder bist oder generell in einer langfristigen Partnerschaft arbeiten willst, müssen beide perfekt aligned sein. Und das zweite Thema ist auch die Rolle zueinander. Bei uns war es sehr komplementär, bei unserem Grundmindset war das gleiche. Und das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum es funktioniert hat. Was war der Moment, wo ihr gemerkt habt, das ist jetzt was anderes, als alle anderen um uns herum machen. Wir verbringen unsere Zeit, also der normale 17-Jährige, verbringt jetzt seine Zeit nicht damit, in Kellerräumen zu sitzen und sich zu überlegen, wie eine App aussieht oder wie eine Lernplattform aussieht oder die Mission zu entwickeln, zu sagen, wir möchten, dass Menschen auf der ganzen Welt anders lernen. Also wann habt ihr das gemerkt, dass sich da was tut? Das ist eine gute Frage, weil am Anfang war es noch nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir verändern die Welt. Es war eher super nischig zu sagen, unsere Mitschüler gehen langsam auf YouTube, um nach Themen zu suchen, die sie nicht verstehen. Wir haben zu dem Zeitpunkt verstanden, okay, YouTube ist gerade an dem Punkt gewesen, wo Leute ein bisschen Geld damit verdient haben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen, wo wir relativ gut drin sind, wo die Konkurrenz echt nicht gut ist und was du einmal machen kannst und über Jahre hinweg monetarisiert sich das quasi von selbst. und dann haben wir auf YouTube gecheckt, okay, es gibt zwei Behaviours. Das eine ist, dass du News-relevant bist. Deine Views sind am Anfang Tag eins hoch, dann nie wieder. Und das zweite ist, dass du Search-relevant bist. Da sind deine Views am Anfang null, aber über Jahre hinweg wird es halt ein riesiger Berg. Und dann haben wir überlegt, okay, was sind Topics, die das auslösen, dieses Search-relevant und sind auf Bildung gekommen. Und weil wir selber ganz gut in Mathe waren, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt die coolsten Mathe-Lern-Videos, die es so gibt. Das ist interessant, weil das ist ja schon sehr analytisch, also hinzugehen und sich zu überlegen, bin ich News- oder Search-relevant. Also mit anderen Worten, wird es einmal sehr, sehr viel oder permanent über eine lange Zeit angeklickt. Das ist ja kein, ich finde schon ein beeindruckender Gedankengang für zwei Jungs, die in der elften Klasse rumsitzen und sich Gedanken machen, wie man YouTube nutzen kann. Gut, wir haben ziemlich viel anderen Bullshit noch dazwischen gemacht. Ja, natürlich, was ich auch super wichtig finde, weil ich, also meine persönliche Meinung ist, dass heute teilweise Jugendliche nicht mehr Jugendliche sein dürfen, sondern sehr, sehr schnell in diverse Systeme geschossen werden und einiges verpassen. Insofern alles richtig gemacht. Habt ihr denn selber auch Lernerfahrungen gehabt, dass ihr dann auf diese Idee gekommen seid? Weil du sagtest, ihr wart gut in Mathe. Was habt ihr beobachtet, um überhaupt auf dieses Thema Bildung zu kommen, neben der gerade, neben dem Gedankengang, den du gerade beschrieben hast? Ja, also ich glaube, jeder Schüler, der so ein bisschen reflektiert, was gerade eigentlich passiert, wenn er in der Schule ist und hier auch ganz wichtig, da bashe ich keine Lehrer, sondern das System an sich, weil es gibt auch echt viele Lehrer, die sich anstrengen. Was wir halt gemerkt haben, ist, du gehst so lange Jahre durch ein System, was quasi den Frame an deinen Kopf setzt, wie die Welt funktionieren soll. Danach kommst du raus und musst damit arbeiten. Aber die Welt funktioniert nicht mehr so. Das Schulsystem ist so detached vom Zeitgeist, von dem, was du dann draußen lernen musst, dass wir gemerkt haben, warum ist es so, dass in jeder Industrie Technologie alles disruptiert? Spotify kann deinen Musikgeschmack erkennen. Wie kann es denn sein, dass in der Bildung noch nicht mal ansatzweise damit gearbeitet wird? Und dann war unser Gedanke zu sagen, okay, wir müssen es einmal schaffen, dass Lernen wieder Spaß macht und cool ist, weil wenn du beispielsweise Nachhilfe nimmst, das erzählst du keinem, das ist uncool. Aber wenn du SimpleClub lernst oder mit SimpleClub lernst, wir uns hausichtlich eine Brand zu bauen, von der Freunde sich gerne erzählen, es ist cool, damit zu lernen. Das ist, also ich bin ja heute selber als Unternehmer damit konfrontiert, dass laufend jedes Jahr viele Azubis in unser Unternehmen kommen. Und es gibt verschiedene Dinge, die ich beobachte, wie zum Beispiel, das mag jetzt mein persönliches Gefühl sein, aber das Gefühl, dass heute junge Menschen bei uns im Unternehmen landen und ganz viele von dem wissen, was am Ende für ihren Job, für ihren Alltag relevant ist, rein dadurch determiniert wird, aus welcher Familie sie kommen. Da kommst du aus einem Elternhaus, das dir viel reale Weltwissen mitgibt. Wie nutze ich eine Kreditkarte? Wie ziehe ich mich an, um zur Arbeit zu gehen? Wie schreibe ich einen? Wie setze ich einen Brief auf? Also da gibt es x Themen, über die man reden kann, die durchs Elternhaus geprägt werden. Und alles andere ist ein Standard, den junge Leute mitgegeben bekommen, der in vielen Fällen heute nicht mehr funktioniert. Und die Konsequenz ist, dass wir als Unternehmen ganz viel Ausbildungsbestandteil nachholen müssen. Oder andersherum, wir haben wirklich viele sehr, sehr gute Azubis. Die Erfahrung, die ich heute sammle, ist, dass wir vielen jungen Leuten sehr, sehr viel noch mit auf den Weg geben müssen und dass wir von immer weniger Dingen ausgehen können. Du merkst schon, hier können wir einsteigen. Und zum Thema Bildung in Deutschland habe ich sehr, sehr viele eigene Meinungen. Aber lass uns mal Folgendes erst machen. Wie ist SimpleClub entstanden und was genau ist SimpleClub heute? SimpleClub ist entstanden als YouTube-Kanal, wurde dann irgendwann eine Lernplattform, was ein riesiger Pivot für uns war. Das ist so der erste Teil der Story, den ich vielleicht kurz mal ausführen kann, weil wir waren eine Production Company für YouTube-Videos am Anfang, so vor über zehn Jahren jetzt. Und dann irgendwann 2019 haben wir gemerkt, als es schon relativ groß war, wir hatten drei Millionen Abonnenten, eine halbe Milliarde Videoaufrufe. Wir haben Bilder geschickt bekommen von Schulklassen, wo ein Banner an der Wand hing, wo drauf stand, ohne SimpleClub wären wir alle gar nicht hier. Oder Leute haben SimpleClub in ihr Abi-Motto eingebaut und Sticker aufs Auto geklebt und solche Dinge sind passiert. Das war richtig crazy. Da haben wir gemerkt, okay, unsere Verantwortung wurde viel größer. War das als Brand gedacht von Anfang an? Oder ist das passiert? Das war tatsächlich gedacht, ja. Und da bin ich echt stolz drauf, muss ich sagen, weil wir von Anfang an sehr, sehr gut definiert haben, welche Person wollen wir ansprechen in der Klasse, an den Schülertyp und welche Brand wollen wir ausstrahlen als Bildungskompany. Was war das für ein Schülertyp, den ihr ansprechen wollt? Für uns war es wichtig, jemanden anzusprechen, der die perfekte Kombi ist aus clever genug, um richtig gut auch durch die Schule zu kommen, aber nicht jemand, der so ein Tryhard ist und trotzdem jemand, der beliebt ist in der Klasse, der quasi auch andere influencen kann, aber im positiven Sinne, also quasi so jemand, der andere mit hochzieht. Und wir wollten SimpleClub immer so bauen, dass es quasi genau diese Personen anspricht, weil wir wussten, dass wir dadurch die Leute hier trackten und dadurch auch einen Word-of-Mouth-Effekt kreieren. Und wir haben acht Jahre lang, glaube ich, keinen einzigen Cent in Marketing ausgegeben. Es war alles Word-of-Mouth, weil das eben dieser Effekt war. Interessant. Du hast gerade das Marketing-Budget angesprochen. Womit verdient ihr heute euer Geld? In den letzten ein, zwei Jahren dreht ihr euch auch stark in Richtung B2B-Kunden, insbesondere Unternehmenskunden. Wie hat das angefangen? Wie monetarisiert ihr heute und wo siehst du das in Zukunft hinlaufen? Ja, also der erste Step war, als wir die Lernplattform gebaut haben und diesen Pivot gemacht haben, quasi zu Tech, haben wir Entwickler eingestellt und eine Plattform gebaut, von der wir wussten, wir wollen ein Freemium-Modell bauen, ähnlich wie Spotify. Und das war das erste Modell, 5. bis 13. Klasse, quasi du lädst dir die App kostenlos runter, aber du kannst auch eine Subscription abschließen, die dann meistens von den Eltern bezahlt wurde. Und vor etwas über einem Jahr ging es dann los, dass die ersten Schüler aus der Schule rausgegangen sind und in Unternehmen gelandet sind, als Azubis oder duale Studenten. Und immer mehr Unternehmen kamen auf uns zu und meinten, ganz ehrlich, ich würde für eure App zahlen, wenn ihr unsere Azubis ausbilden könnt. Und da meinten wir so, nee, machen wir nicht, wegen Fokus. Okay, da stecken ja zwei Themen drin, nämlich einmal das Thema, wie habt ihr angefangen, die App zu entwickeln? Wir haben vor dem Dreh vorhin ein bisschen gesprochen und haben uns kaputt gelacht. Also es ging im Kern um das Thema iteratives Arbeiten, gegenüber Ratio, also gegenüber Konzept und dann durchziehen. Das war ja nicht so easy am Anfang. Da war auch eine geile Story zu. Also die erste App-Version, die wir gebaut haben, war so, dass wir ein 60-Seiten PDF-Dokument erstellt haben. Also wir zwei als Gründer, was schon mal nicht so clever ist, da kein Team mit zu inkludieren, haben das fertig gebaut, haben das an eine externe Agentur gegeben und gesagt, baut das mal. Und nach sechs Monaten war das Ding fertig und wir waren super stolz. Wir dachten so, Alter, jeder wird das lieben. Und die haben das auch so gebaut, wie ihr das dokumentiert habt? Ja, man muss schon sagen, es war anspruchsvoll für die, das nach unseren Vorstellungen zu machen, weil man, es ist technisch jetzt nicht trivial, würde ich sagen, aber für eine erste App-Version war es auf jeden Fall super hilfreich, konnte man mitarbeiten. Aber das Problem war, wir haben dann das erste Mal noch in Berlin. Nach den sechs Monaten. Genau, nach den sechs Monaten, nachdem es fertig gebaut war und haben so gesagt, ey, guck mal, das ist unsere App, richtig geil, oder? Also auch total falsches Testing. Und die gucken uns an und denken so, das ist echt scheiße. Wir waren richtig angegriffen. Also du steckst so sechs Monate Arbeit rein und bist richtig beleidigt. Und dann haben wir ein Buch gelesen, das war Game Changer für uns, das nennt sich Sprint von Google Ventures. Genau, und dann haben wir angefangen, genau nach diesem Konzept zu arbeiten. Jede einzelne Woche eine neue Hypothese getestet. Also im Prinzip iterativer. Viel iterativer, ja. Also wir haben gecheckt, was natürlich heute ein Standard in der digitalen Entwicklung ist. Aber jetzt musstet ihr da ja erst hinkommen, weil wir hatten im Prinzip zwei Jungs, die einen YouTube-Kanal aufgebaut hatten, YouTube-Videos gedreht haben und dann die Entwicklung, das finde ich besonders spannend, die Entwicklung hin zu einem Unternehmen. Den Sprung musst du erstmal schaffen und der ist überhaupt nicht selbstverständlich. Total. Wir haben auch super viel Fehler am Anfang gemacht. Ein guter Step war auf jeden Fall, dass wir sehr früh angefangen haben, Entwickler reinzuholen und die drei Entwickler, die wir damals reingeholt haben, Grüße gehen raus, die sind immer noch im Unternehmen, die waren damals 17 und 18. Ich habe so oft diese Diskussionen über Punkte, wo du, wo ich zum Beispiel selber auch richtig abgebogen bin und auch richtig Glück gehabt habe und während du die Geschichte erzählst, das kenne ich natürlich auch nach solchen Momenten und das ist sensationell. Du hast zwei Co-Founder, die natürlich eine Idee haben, die aber relativ inexperienced sind und sich dann die drei ersten Entwickler holen und die sind heute, acht, neun Jahre später, immer noch im Unternehmen. Das ist ein bisschen Magie. Ja, vor allem, wenn man sich auch überlegt, was sie über die Zeit gebaut haben, wirklich crazy. Also das ist so eine Legacy, die die aufgebaut haben. Aber das war so einer der Steps und dann später haben wir gemerkt, okay, wir brauchen aber Leute, die wirklich Ahnung davon haben, wie du eine Company baust. Und das war nachdem wir bootstrapped und profitabel waren und dann das erste Mal HV Capital reingeholt haben. Das war nämlich der zweite Key Moment für uns, als wir gemerkt haben, wir sind noch nicht weit. Also wir waren zwar profitabel, aber... Wann habt ihr die erste... Also 2019 haben wir die erste App-Version auf den Markt gebracht, von der man sagen kann, das ist eine Version, die mit heute irgendwie vergleichbar ist und darauf haben wir dann auch aufgebaut. 2020 haben wir HV Capital als Seed Investor reingeholt, was eine der besten Entscheidungen unseres Lebens war. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel so wie ich aus einer Unternehmerfamilie kommst und natürlich ganz, ganz viel der Grundlagen auch schon mitgegeben bekommst. Ich durfte oder musste, je nachdem, wie man sehen will, 20 Jahre lang mal in meinem Vater unterwegs sein und habe natürlich auch die Gelegenheit gehabt, mir ganz, ganz viel von ihm abzuschauen. Das war bei Nikolai und bei dir nicht der Fall. Das heißt, ihr kommt nicht aus Unternehmerfamilien und habt das eben gegründet, habt das selber aufgebaut und dann kommt natürlich, finde ich, einer der großen Vorteile von Venture Capital. Und auch da können wir jetzt eine Diskussion führen, ob wir das in Deutschland genug nutzen oder nicht. Natürlich nicht. Es gibt kaum immer noch im Verhältnis zu den USA kaum Venture Capital finanzierte Unternehmen in Deutschland. Jetzt ist eure Erfahrung sehr, sehr positiv bisher verlaufen. Warum ist das so? Also was sind die Vorteile, die ihr habt dadurch und was hat euch das gegeben? Man muss auch unterscheiden. VC ist nicht gleich VC. Wir haben wirklich das Glück gehabt und da auch sehr stark drauf geschaut, Leute reinzuholen, die sehr, sehr gut sind, auch wirklich erfahrene Investoren. Und das, was uns geholfen hat, ist einfach mal zu sehen, was es wirklich heißt, ein großes Unternehmen aufzubauen. Zum Beispiel die Gründer von Flixbus sind bei uns mit drin oder von Sender, Coach Hub, einigen weiteren. Und das haben wir absichtlich gemacht, um einfach von diesen Gründern auch mitzulernen. Jetzt ist es aber so, wenn du HV Capital beispielsweise reinholst, die haben schon so viel gesehen an erfolgreichen Companies, dass, und das ist echt ein wichtiger Moment für uns gewesen, uns wurde richtig vor Augen gehalten, wie wenig wir bisher noch geschafft haben. Ich muss ehrlich auch sagen, wir waren ein Ticken arrogant, bevor wir die Seed-Runde abgeschlossen haben, weil wir waren profitabel, wir dachten, wir haben die Terms komplett in der Hand, war am Ende auch ein ganz cooler Deal, aber was das Thema war, wir wussten einfach nicht mal im Ansatz, was es heißt, eine Firma aufzubauen, die auch sustainable ist und wirklich groß ist. Und da haben wir diese typische Kompetenzwahrnehmungskurve durchgemacht, wo du am Anfang denkst, du bist richtig krass, aber deine Kompetenz eigentlich hier. Dann kriegst du diesen Einschlag ins Gesicht, wo du merkst, oh mein Gott, ich kann das überhaupt nicht. Dann fällt deine Kompetenzwahrnehmung so tief, dass du plötzlich denkst, du kannst gar nichts mehr und so ging es uns. Das war nach der Seed-Runde tatsächlich und irgendwann merkst du so, okay, du kannst doch ein paar Sachen. Es gibt eigentlich zwei Dinge, die mir sofort dazu einfallen. Das eine ist, viele Unternehmen überschreiten die Grenze, wo sie dann sagen, das ist das exklusivste Produkt. Das macht am meisten Spaß und dann in so eine Rhetorik abdriften, die dir im Prinzip vermitteln soll, auf dieses Produkt hat die Welt gewartet, das musst du kaufen. Und ich empfinde es ganz im Gegenteil als angenehm, wenn jemand sein Produkt anbietet, gleichzeitig aber humble bleibt und so zurückhaltend ist zu sagen, dass er sagt, ich mache ein Angebot, bei Luxusprodukten finde ich ganz besonders, ganz besonders wichtig, denn darauf sind Luxusprodukte per Definition, hat darauf die Welt erstmal nicht gewartet, sondern es sind Dinge, die vielleicht Menschen in ihrer emotionalen Freizeit, wie ich immer sage, dann genießen und dafür dann ein Stück ihres Geldes ausgeben. Das zweite ist ein Satz, den mir ein befreundeter Unternehmer mal gesagt hat, never be afraid of sucking at the next level. Never be afraid of sucking at the next level. Also habt nie Angst davor, aufs nächste Level zu gehen und es wird sich wieder scheiße anfühlen. Es wird sich wieder so anfühlen, dass du das Gefühl hast, was du gerade beschrieben hast, kann doch nicht sein. Ich dachte, wir hätten richtig was auf dem Kasten und jetzt sind wir wieder durch eine Tür gegangen und auf einmal fängt das ganze Spiel von vorne an. Ja, und das passiert so oft, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Mit gefühlten 30 Jahren fängt das Spiel jedes Jahr von vorne an. Ja, glaube ich so. Und ich kenne auch keinen einzigen echten Unternehmer, der, ich nenne das immer so, im Hosenträger-Schnalz-Modus unterwegs ist. Und dann würde ich, die, die reinkommen und dir erstmal erzählen, dass sie die allergeilsten sind, sind meistens die Blender. Wo kommt der Name her? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Der erste Name war ja Simple Maths für Mathe. Das ist pragmatisch. War witzigerweise ein Working Title. Das ist das Erste, was uns eingefallen ist, als wir an den Kanal gedacht haben. Dann haben wir den so oft verwendet und irgendwann gedacht, okay, den nehmen wir jetzt einfach. Das passt. Dann haben wir die anderen Kanäle dazugebaut, Simple Biology, Simple Physics und so weiter. Und irgendwann brauchten wir eine Dach-Brand. Und das Interessante an Simple Club ist, wir sind nicht als Education-Tech-Startup groß geworden, sondern Community-Driven. Also das Erste, was wir aufgebaut haben, was super viel Wert hatte, war die schiere Menge an Leuten, die es kannten und auch geliebt haben. Und dann haben wir überlegt, was ist eigentlich das perfekte Wort, was das ausdrückt und gleichzeitig cool ist. Und dann sind wir auf Club gekommen. Und deswegen Simple Club. Und das ist bis heute etwas, was wirklich Teil der DNA ist. Egal, wie sehr wir in Tech gehen, egal, wie sehr wir vor allem auch weg von Social Media vielleicht hin zu eigenen Plattformen gehen, wir müssen immer im Kopf behalten, warum wir groß geworden sind. Und das war dieser Community-Driven-Charakter. Also heißt natürlich, wenn du dir über YouTube Gedanken machst, dann musst du einen Namen finden, der griffig ist. Und das machen heute immer noch ganz, ganz viele Unternehmen falsch, wo ich für komplizierteste Firmennamen sehe oder Abkürzungen, die wirklich, die wirklich, wenn es dann um B2C-Business geht, kein Mensch versteht. Und insofern cooler Brandname. Das hätte man, glaube ich, nicht besser hinbekommen können. Was würdest du sagen, macht ihr heute anders als andere Bildungsanbieter? Denn die Idee an sich, den Bildungsmarkt, die Art, wie wir lernen, zu verändern, da seid ihr, glaube ich, nicht die Einzigen. Ihr seid aber diejenigen, die damit am meisten Erfolg haben und die das Rezept gefunden haben, um Schüler wirklich zu überzeugen, dass es so am besten ist. Was macht ihr anders? Da kann man von verschiedenen Engels kommen. Das eine ist der Grund, warum es Leute überhaupt nutzen. Und das ist dieser auf Augenhöhe Charakter. Also wir sind niemals in der Rolle, dass wir der Oberlehrer sind und Leuten irgendwie von oben herab erzählen, was sie machen müssen. Und das ist tatsächlich in jedem Onboarding von unseren Education-Content-Creatern sehr tief drin, dass wir denen beibringen, redet mit denen, als wäre der große Bruder, die große Schwester. Weil ihr dürft auf keinen Fall von oben herab sein. Dadurch ist die Brand nicht groß geworden. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir sehr, sehr, sehr viel in Tech investiert haben. Während andere Plattformen eine Website haben, wo du irgendwie Videos hast, ein paar Multiple-Choice-Aufgaben und so weiter. Wir wollten es immer so bauen, dass es State-of-the-Art-Tech ist. Haben auch sehr früh auf neue Technologien gesetzt. Zum Beispiel Flutter ist so eine Technologie, mit der du quasi auf allen Plattformen mit einem Kern das Ganze programmieren kannst, sodass du es nicht auf jeder einzelnen Plattform neu machen musst. Ganz einfach gesagt. Und das haben wir benutzt, als es in der ersten Beta-Version war und haben alles drauf gesetzt. Also es war ein riesiges Risiko eigentlich. Und es hat funktioniert. Und das Dritte ist die Monetarisierung. Und da kommen wir wieder auf das Thema zu sprechen, dass wir Bootstrap waren. Es ist uns immer wichtig gewesen, von Anfang an drüber nachzudenken, wie bauen wir ein Geschäftsmodell, was die Firma selbst tragen kann. Selbst wenn wir ein Early-Stage-Startup sind. Deswegen war der erste Ansatz, mit YouTube zu überlegen, wie kriegen wir dadurch die YouTube-Einnahmen. Das war vor zehn Jahren so das Business-Model. Dann haben wir mit dem Pivot gesagt, wir müssen ein Freemail-Modell erstellen. Da kamen auch gerade zu der Zeit und jetzt mit B2B haben wir gemerkt, okay, wir können daraus eigentlich ein B2B-SaaS-Modell machen, was in den Economics noch mal viel krasser ist als das B2C-Modell, wo wir jetzt merken, das könnte langfristig sogar der viel größere Bereich sein, in dem wir musikatrisieren. Also heißt Software as a Service, ich gehe als Unternehmen hin, zahle für eine Lizenz oder für Inhaltspakete und kann dann auf eure Lernplattform zugreifen. Genau, du zahlst quasi nicht für die Inhalte, die du bekommst, sondern du zahlst den Zugang zu der Plattform mit den Inhalten. Und das ist ein wichtiger Switch. Auf die habe ich dann komplett Zugriff. Genau, ja. Und dadurch hast du aber, dadurch, dass es ein Convenient Price Point ist, das selber zu erstellen, wäre so viel teurer, egal wie groß du als Unternehmen bist, weil wir können ja quasi zentralisiert diese ganzen Ausbildungsberufe einmal erstellen, wodurch wir sehr viel in Qualität investieren können, aber können es dann alle Unternehmen verkaufen, weil so gut wie jedes Unternehmen hat, also vor allem im gewerblich-technischen Bereich, Mechatroniker, Elektroniker und so weiter. Und wenn du es einmal hast, dann zahlst du quasi ein paar hundert Euro pro Azubi im Jahr und das ist es. Lass uns mal kurz da einsteigen. Was sind Ausbildungsberufe, die ihr heute schon abbildet? Also noch mal vorne angefangen, welche Schulfächer finde ich heute bei SimpleClub und jetzt in der Fortsetzung, welche Ausbildungsberufe? Genau, in den Schulfächern sind wir mit fast allen aufgestellt. Also sowas wie Religion und Sport haben wir nicht, weil das meistens nicht so Problemfächer sind, aber sonst wirklich, ich glaube, 14 Schulfächer, alles über Mathe, Deutsch, Bio, Sprachen und so weiter. Und in den Ausbildungsberufen haben wir aktuell die 20 Größten, haben aber wie gesagt vor etwas einem, mehr als einem Jahr erst angefangen, sind da sehr schnell in der Produktion. Kaufmännische Berufe, gewerblich-technische, IT-Berufe machen wir auch und jetzt auch demnächst Health-Berufe und sowas. Also wir haben auch viel Handwerk tatsächlich. Unser erster Deal war mit Brillux und das war für die Malerindustrie. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Jede Menge Azubis, jede Menge junge Leute, die lernen müssen, wie die funktionieren. Gib uns mal ein Beispiel für die Inhalte, die ich mir dann da anschauen kann. Genau, also Duolingo, kennst du vielleicht die Sprachlein-App? Genauso kann man sich das vorstellen. Das ist Duolingo für alle Ausbildungsberufe. Das heißt, du gehst rein, gibst ein Onboarding an, wer du bist, Azubi bei dem und dem Unternehmen, in dem und dem Lehrjahr und dann passt sich die App automatisch an. Du siehst quasi genau die Inhalte, die du brauchst. Die sind dann aufgeteilt nach den Lehrjahren, 1, 2, 3 beispielsweise oder wie die Ausbildung aufgebaut ist. Und was du konkret lernst, in der Ausbildung ist es ja immer so ein Thema, du hast die Theorie, die du meistens in der Berufsschule hast und dann gibt es ja noch den Praxisteil, den du deinem Unternehmen, deinem Ausbilder irgendwie machst. Jetzt ist es aber so, dass die Berufsschulen total überlastet sind. Es gibt immer weniger Lehrer. Es gibt massiven Lehrermangel. Bis 2030 sollen 60.000 Lehrer fehlen und es gibt insgesamt nur 140.000, 150.000. Also crazy gap. Auch ein Problem für sich. Genau, auch ein Problem für sich. Aber Unternehmen müssen die Leute ja trotzdem weiterhin ausbilden. Und viele erzählen uns, dass die ganzen Azubis dann irgendwie aus der Berufsschule zurückkommen, schlecht qualifiziert sind, teilweise den Dreisatz nicht können und der Ausbilder im Unternehmen das auffangen muss. Das ist ja das, was ich vorhin angangs erwähnt hatte. Also nochmal, wir haben eine ganze Menge fantastischer Azubis hier im Unternehmen. Es gibt aber einige Probleme, die immer wiederkehrend sind. Zum einen erlebe ich, dass das Problem kann man auch eine Ebene weiterführen. Also häufig bekommst du auch Berufsanfänger, die dann noch einen Bachelor, die statt der Ausbildung Bachelor gemacht haben oder danach noch einen Bachelor gemacht haben, wo auch wieder signifikante Ausbildungslücken auftreten. Wenn wir uns aber mal rein über die Azubis unterhalten, das sind ja wirklich junge Leute, die hier aufschlagen, nachdem sie ihre mittlere Reife gemacht haben, landen die dann bei uns im Unternehmen, sind meistens 15, 16 Jahre alt. Mein ganz subjektives Wahrnehmen, meine ganz subjektive Wahrnehmung ist, dass wir als Unternehmen ganz, ganz viele Dinge auffangen müssen, die wir vor einigen Jahren noch aus der Ausbildung geliefert bekommen haben. Es sind, du hast gerade gesagt, ein simplen Dreisatzrechnen. Grundsätze des kaufmännischen Verständnisses. Das sind, ich habe das Gefühl, es wird heute viel mehr einfach durchgeprügelt in der Ausbildung und gleichzeitig kannst du dir im Handwerk zum Beispiel anschauen, Monsterauftragslagen, die Unternehmen sind darauf angewiesen, dass Azubis in die Betriebe kommen, erstens genug da sind, dann Azubis in die Betriebe kommen, die auch schon was können und die dann möglichst schnell ongebordet werden. Voll. Und das Problem fängt in der Schule an. Das fängt gar nicht in der Ausbildung grundsätzlich an. Da wird es natürlich noch mal schlimmer, aber es gibt so viele Studien, die zeigen, dass das Bildungsniveau in Deutschland sinkt, muss man sich mal vorstellen, in einem entwickelten Land wie Deutschland. Und das fängt teilweise in der Grundschule schon an mit fehlenden Mathe- und Deutschkenntnissen, was dann natürlich sich multipliziert über die Jahre hinweg. Und das wurde wiederum durch Corona auch nicht besser, was auch nochmal ein Thema für sich ist. Aber deswegen ist unser Auftrag als Bildungskompany in der Schule bereits anzufangen, zu sagen, wir wollen die Leute top ausbilden, dass sie wirklich da aus der Schulaufbahn rausgehen und eigentlich alle Türen offen stehen und dann weiterhin im Unternehmen auch zu begleiten. Und wenn man das dann in beide Richtungen weiterdenkt, glauben wir, dass wir irgendwann in der Grundschule anfangen werden. Das heißt, Leute kommen in die erste Klasse, benutzen irgendein SimpleClub-Produkt, arbeiten dann für eine Schule, kommt dann das nächste Produkt von uns und dann irgendwann in der Berufslaufbahn unterstützen wir die quasi ongoing. Ein Thema, was mir immer wieder begegnet ist, dass es eigentlich zwei Aspekte beim Thema Ausbildung gibt. Du hast zum einen den Stoff, die Inhalte, die jetzt junge Leute, bei uns zum Beispiel Azubis, in verschiedensten Berufen lernen sollen. Und du hast zum anderen, und zweitens hast du das Lernverhalten an sich. Und das, was ich furchtbar schade finde in unserem Bildungssystem im Moment, das fängt in der Tat in der Grundschule an, ist, dass wenn du nicht super engagierte Lehrer hast, sondern du bist einfach in der durchschnittlichen Schule, du bist auch kein Highflyer, dann entsteht häufig eine Lernerfahrung, in der du durch dieses System geschliffen wirst und dann kommst du als junger Mensch da raus und hast an keiner Stelle wirklich gelernt zu lernen. Und wenn ich heute anschaue, was brauche ich von unseren Mitarbeitern hier im Unternehmen, was macht die Leute erfolgreich, dann sind die Erfolgreichen immer Menschen, die mitdenken, die selbstständig denken, da gibt es das schöne Wort Transferwissen, also die aus Dingen, die man bespricht, aus theoretischen Konzepten in der Realität Ergebnisse erreichen können. Und was mich fundamental stört, ist, dass ich immer mehr beobachte, dass einfach reingedrückt wird, Inhalte, sobald ich dann aus dem Ausbildungssystem raus bin, stehe ich im Unternehmen und dann sehe ich Azubis, die mit großen Augen vor mir stehen und auf einmal merken, dass er erwartet wird, dass sie Dinge selber umsetzen. Ich glaube, das Lernen lernen an sich ist auf jeden Fall ein Aspekt, der wichtig ist, da haben wir auch viel Content zu tatsächlich. Ich glaube, was aber voll oft unterschätzt wird, ist, wie du bestimmte, selbst wenn es Hard Skills sind, selbst lernst. Also quasi in der Hinsicht, dass du nicht einfach nur das Ergebnis vorgibst und sagst, okay, das ist das Kochrezept, das du in der Matheformel anwenden kannst und kommt das Richtige raus, aber du checkst gar nicht, warum das so ist, sondern dass du quasi so erklärst, dass Leute sich das danach selber herleiten müssen. Da gibt es auch viele Studien zu in der Lernforschung, dass du zum Beispiel solche Retrieval Practices machen musst, wo du Aufgaben vorgibst, die das Gehirn anstrengen, in der Form, dass sie sich selber die Information herleiten müssen, um auf die Antwort zu kommen. Und genau dadurch schaffst du diesen Effekt, dass Leute Transferwissen anwenden können. Und das machen wir durchgehend. Also alle unsere Aufgaben sind so gestaltet, dass du nicht einfach nur Multiple Choice hast, was du irgendwie anklicken kannst, sondern wo du wirklich dieses Wissen und diesen Kontext aus deinem Gehirn rausziehen musst, weil nur dadurch diese Synapsenverbindungen neu zustande kommen. Ich sehe schon, ich muss simple klappen, wie werde ich als Unternehmer besser in den Kurs belegen. Und was muss ich bezahlen bei euch im Moment? Aktuell für ein Azubi um die 380 im Jahr. Okay, ja, also auch schon für eine Investition. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Lass uns mal zum anderen Thema kommen. Es gibt in jedem Unternehmen oder jeder Unternehmergeschichte gibt es Momente, die besonders sind. Ich selbst hatte gerade wieder so einen vor zwei, zwei, drei Wochen unsere Brabus Signature 23. Ich sehe Dennis hinter der Kamera sitzen und wir haben beide gerade noch ein Reaction-Video gefilmt zu der Frage, wie uns das beeinflusst hat, was das mit der Marke gemacht hat. Wir machen ein jährliches Release-Event, eine Fashion-Show für Autos. Auch eine Idee, die mir sieben Jahre keiner geglaubt hat. Und jetzt ist es sehr ordentlich angekommen. Was waren Momente in deiner Geschichte, in eurer Geschichte, wo du gemerkt hast, jetzt hat sich gerade was verändert? Ich kann einen ganz klaren Moment sagen, das war, als wir die ersten paar Leute im Team aufgebaut haben, war das eher in diesem Mindset von wie so ein Selbstständiger, der Arbeit delegiert. Also du hast quasi ein Team aufgebaut, um selber Sachen von deinem Tisch aufräumen zu können. Das ist aber eine ganz andere Art von Teamaufbau, die du aber dann machen musst, wenn du wirklich groß werden willst. Weil dann musst du den Switch schaffen zu, du holst dir Leute rein, die viel besser sind als du, jemals sein kannst in diesem Bereich und dann gleichzeitig auch diese Abteilung aufbauen. Und ich hatte einen Moment, das war auch der Moment, als wir unsere Unternehmenssprache auf Englisch intern umgestellt haben. Das war ein Growth Marketing Mitarbeiter, den wir eingestellt haben. Super krasses Talent, der hat glaube ich mit 18 oder 19 schon ein siebenköpfiges Marketing Team international geleitet für ein anderes großes Tech Unternehmen, hat in Südostasien die Expansion aufgebaut, ist da extra hingefahren und so weiter. Also wirklich krasser Typ und der hat mir dann erklärt, wie Growth Marketing funktioniert und am Anfang war es für mich so, oh mein Gott, das ist gerade eine Red Flag, dass ich das weniger weiß als er und mit der Zeit wurde mir aber bewusst, dass genau das der richtige Step jetzt sein muss. Es ist interessant, dass du das sagst, ich bin ja jetzt insgesamt seit knapp fünf Jahren CEO hier bei Braus und war natürlich am Anfang mit einem Unternehmen konfrontiert, was es gewohnt war, in einer sehr patriarchischen Struktur zu arbeiten. Mein Vater, der natürlich 40 Jahre lang einen sensationellen Job gemacht hat, war ein klassischer Patriarch und da ist ein Unternehmen natürlich ausgerichtet auf diese eine Person und relativ schnell hat das Team dann bei uns rausgefunden, dass ich vollständig anders arbeite, nämlich ähnlich, wie du es gerade auch ausgedrückt hast, ich versuche permanent Menschen zu finden, die viel besser sind als ich in ihren jeweiligen Spezialbereichen und aus dem, was ich in Anführungszeichen Orakelmodus nenne, rauszukommen. Orakelmodus funktioniert wie folgt, du kommst als Mitarbeiter zu mir, zum Orakel und dann stellst du eine Frage, sollen die Wände grün oder gelb? Und dann sagt das Orakel im besten Fall natürlich grün und im schlimmsten Fall du Dummkopf, warum kommst du denn zu mir? Natürlich ist die Antwort grün und komm bitte mit so einem Quatsch nie wieder zu mir. So will ich nicht arbeiten, sondern ich möchte im Idealfall, dass die Teams, die hier im Unternehmen arbeiten, selbstständig in der Lage sind, Entscheidungen zu finden, im Prinzip zu mir kommen und ich dann die Aufgabe habe, zwischen Alternativen zu entscheiden oder dass sie eine Lösung erarbeiten, für die sie selber dann auch stehen und hinter der sie auch selber stehen. Wenn du einmal in die Köpfe reinkriegst, hey Leute, wir müssen hier alle, alle müssen hier mitdenken und der Chef hat zwar die Aufgabe, diese Dinge final zu entscheiden, ist aber auch nur ein Teammitglied, der sicherlich hat eine Menge Ahnung. In meinem Fall bin ich jetzt über 20 Jahre hier im Unternehmen. Heißt das, dass ich alles weiß? Überhaupt nicht. Das ist echt ein guter Punkt mit dem kulturellen Aspekt, weil wir haben dann auch gemerkt, du kannst gar nicht die richtigen Leute anziehen, wenn du auch nicht zeigst, dass du diese Kultur hast. Also die Leute, die wir jetzt reingeholt haben, kommen teilweise wirklich auch von größeren Scale-Ups, die schon sehr viel gesehen haben, wie Hyper-Growth auch funktioniert oder wie die Company funktioniert, wenn du ein Team führen musst, was über 200 Leute in einer Unit hat und solche Leute kommen dann eben zu uns und erklären uns eigentlich, wie es funktioniert. Und wenn du denen dann sagst, wenn du denen dann die Welt erklärst oder es versuchst, dann gehen sie sofort wieder, oder sagen, ich habe überhaupt keine Lust, hier in der Diktatur zu arbeiten. Total, ja. Und deswegen ist diese Arbeitsweise so wichtig, wie du das kombinierst und da haben wir auch viele Learnings gemacht. Zum Beispiel haben wir irgendwann angefangen mit OKRs zu arbeiten, kennt man ja wahrscheinlich. Objective Key Results, ja. Genau, genau. Und viele machen es aber falsch aus zwei Gründen. Das eine ist, dass sie sich nicht an die Regeln halten von Objective Key Results und die falsch formulieren. Und das zweite Thema ist, dass sie es einmal am Anfang vom Quartal definieren, dann nie wieder angucken und dann während dem Quartal irgendwie ihre eigenen To-Do-Listen haben und sich keiner dran hält. Und wir hatten das sehr strikt durchgezogen, dass wir gesagt haben, das Leadership trifft sich einmal im Quartal und bespricht quasi die Strategie für die nächsten drei Monate, entwickelt dann die Outline für die Company OKRs. Die werden dann aber an die ganzen Head-Offs und Team-Leads weitergegeben, die dann bottom-up die Team OKRs entwickeln, ohne dass wir das steuern. Und am Ende finalisieren wir quasi parallel die Details dieser Key Results, dass wir zum Beispiel die Metriken setzen und so was. Also das heißt, das wäre auch einer meiner nächsten Fragen gewesen, wie steuert ihr den Laden, wie führt ihr den Laden und wie hat sich das auch über die Zeit entwickelt? Wenn du jetzt von OKR sprichst, ist das ja, ich mache es jetzt mal simpel, also eine moderne oder eben, weil es natürlich von Google kommt, amerikanisierter Terminus für das Thema Ziele. Wir haben keine OKRs, wir haben einen Zielprozess, der heißt auch so und es bekommt tatsächlich, bekommt jeder Fachbereichsleiter, jeder Teamleader bekommt seine Ziele und es ist eines der wichtigsten Meetings für mich, dass ich im Jahr, dass ich mich mit jedem Teamlead aus unserem Unternehmen einmal zusammensetze und einfach eine Konversation zu haben mit den Leuten. Also nicht sich hinzusetzen und als erstes wird mein Budget verkündet und es wird als erstes mal die Differenz zum letzten Jahr mit der kombinierten Ansage, nächstes Jahr gibt es aber weniger Geld und Sie müssen sparen. Mir ist erst mal ganz wichtig zu wissen, was hat die Abteilung erreicht, was hat das Team erreicht, wo wollen wir überhaupt hin, was brauchen wir dafür und was können wir realistisch im nächsten Jahr schaffen. So das nehmen die dann meistens mit, validieren in ihrem Team, selbst kommen dann wieder und setzen sich nochmal mit mir zusammen. Wir haben natürlich inzwischen ein digitales System, wo diese Ziele erfasst werden, aber es ist am Ende ein Common Sense Prozess, den du, finde ich, in jedem Unternehmen brauchst. Jeder deiner Mitarbeiter will dich ja, jeder Teamlead, jeder Abteilungsleiter, Fachbereichsleiter will dich ja einmal im Jahr mindestens sehen und sollte einmal zu einmal das Gespräch führen, warum bin ich eigentlich hier, was wollen wir mit meinem Team erreichen und wofür machen wir den ganzen Kram. So und erst, wenn wir diese qualitative Ebene geklärt haben, gehen wir dann in die Frage, wie viel Geld brauche ich? Genau. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, in jeder Zielbesprechung, das Budget des letzten Jahres hat nicht notwendigerweise irgendetwas zu tun mit dem Budget des nächsten Jahres. Denn es kann ja völlig unterschiedlich sein, wenn ich im letzten Jahr nur eine Webseite pflegen wollte und im nächsten Jahr würde ich aus der Webseite eine E-Commerce-Plattform machen, ja, dann werden sich meine Budgets drastisch unterscheiden. Ich glaube, dass diese Kultur des Ziele sauber und Miteinandersetzens der Grundstein ist und ob du das dann in OKRs, in Sprints oder wie auch immer organisierst, hat ein bisschen was damit zu tun, ob du jetzt ein Entwicklerteam vor dir sitzen hast oder eine Buchhaltung, meinetwegen, oder ein Controlling. Ja, total. Ich glaube, also wir machen das tatsächlich relativ ähnlich. Ich glaube, was bei uns sehr gut funktioniert hat, ist darauf zu achten, wie setzt du diesen Gedanken so klar in den Kopf jedes einzelnen Mitarbeiters, dass alle genau wissen, in welche Richtung es geht. Und da hat uns dieses Thema mit Objectives und Key Results sehr gut geholfen, weil du ja Objectives sehr, sehr ambitioniert und frei formulieren kannst und auch sehr pragmatisch und du sagst einfach, okay, wir wollen da und da hinkommen und das ist dann super visionär auch formuliert und die Key Results dahinter sind dann mal super messbar und das ist halt gerade, wenn du eine Tech-Plattform hast, noch mal geiler, weil du eigentlich in fast allen Bereichen jeden sehr gut drauf festnageln kannst. Klar, wenn es nicht kommt, ich sage mal, wenn wir bei uns einen Motor nicht richtig bauen, dann springt er nicht an. Genau, messbar, ja. Und wenn ihr bei euch ein Feature nicht richtig deployt, dann funktioniert es technisch, technisch nicht, weil dir die Eins und Null nicht in die richtige Reihenfolge gebracht habt. Insofern lässt sich natürlich in den digitalen Unternehmen sehr, sehr gut messen, ob das Resultat am Ende wirklich funktioniert, ob es angeklickt wird, ob es abspielt, ob es die Dinge tut, die ihr wollt. Wir haben inzwischen hier bei Brabus so viel Geschwindigkeit als Unternehmen aufgebaut, dass du, und das gibt es in vielen Unternehmen tatsächlich, dass Leute aus, ich übertreibe jetzt auch bewusst, am Flur rumlaufen mit dem Ordner in der Hand und anderthalb Jahre nicht wirklich zu irgendeinem Ziel beitragen und nicht auffallen. Das ist bei unserem Unternehmen heute unmöglich, weil wenn du so viel Speed und Dynamik aufnimmst und alle am Karren mitziehen und auch alles transparent ist, und du siehst, wer mitzieht und nicht und dann hängt einer hinten dran und lacht oder hängt hinten dran und hat es noch nicht gemerkt, dann fällt der sofort auf. Und irgendwann, finde ich, entsteht dadurch eine Kultur, eine Entwicklung, wo das Team selber die Leute mitzieht, für die, das sagt unser Personalchef immer so, für die Brabus erste Wahl ist. Das ist übrigens heute die Frage, die wir als allererstes stellen. Bevor es um die Frage geht, was du kannst, geht es immer um die Frage, ist Brabus für dich erste Wahl. Willst du ein Teil dieses Teams sein? Und erst danach kommt dann die Frage, was kannst du, wo kommst du her, welche Erfahrungen bringst du mit, weil viele fachliche Inhalte kannst du ja auch hier lernen. Wir haben ganz abgespacede Lebensläufe, wo zum Beispiel Cedric heute hinter der Kamera, hallo Cedric, Cedric, wir sollen uns gerade hinsetzen, sagst du Cedric, guck mal, wir setzen uns rein. Cedric heute hinter der Kamera, Praktikant im Marketing war und ich irgendwann reinlief und sagte, hör immer, Leute, ich brauche einen Kameramann, wer will denn? Da ging ein Arm hoch und er sagte, ich mache das. Und jetzt, wie viele Jahre später Cedric? Zwei Jahre später? Zweieinhalb Jahre später ist Cedric einer der professionellsten Kameraleute, die wir im Unternehmen haben, weil er die Chance gesehen hat. Ich finde das mega geil, wir fragen das auch in jedem Gespräch ab, wie sehr diese Motivation in Bezug auf Bildung auch da ist, so eine Plattform bauen, die am Ende dafür sorgt, dass Leute endlich mal anders lernen, dass wir das ganze Thema Bildung auch revolutionieren und deswegen finde ich das so geil, wenn du das in der Kultur der Firma auch verankerst, dann ziehst du auch irgendwann die richtigen Leute an. Das haben wir sehr stark gemerkt in Hiring-Prozessen, dass wir irgendwann gar nicht mehr Bewerbung von Leuten hatten, die da irgendwie aus dem Raster gefallen sind, weil wir das so oft kommuniziert haben, auch nach außen, dass du automatisch nur Leute anziehst, die genau das auch mitverkörpern. Ihr seid ja insbesondere jetzt auch gewachsen während der Zeit von Corona was war das für eine Erfahrung von euch, weil ich meine, ihr habt ja riesen Themen gehabt, Schulen wurden geschlossen, ihr habt lernen in Deutschland ganz anders, ich glaube, es war einer der größten Umbrüche im Bildungssystem oder es war eine der größten Chancen für Umbrüche. Umbrüche leider nicht. Die Frage ist, was hat sich getan, was ist daraus geworden, wie hat sich das auf euch ausgewirkt? Ja, die krasseste Story war der Moment, als in Deutschland beschlossen wurde, dass alle Schulen geschlossen werden sollen. Das war 2020, genau, das war ein Freitag, April, Mai, März glaube ich war das sogar und es war ein Freitag, da wurde offiziell announced, am Montag machen alle Schulen zu und jeder dachte so, what? Das war so ein Moment, das konntest du gar nicht glauben und die ersten Schulleitungen haben uns dann angeschrieben und gemeint, ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung, wie wir Online-Unterricht machen sollen, können sie uns irgendwie helfen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Hilfsaktion, fünf Wochen lang kann jeder, der uns anfragt als Schule den Zugang komplett kostenlos bekommen, weil uns war zu der Phase wichtig, dass wir jetzt nicht so eine Marketing-Sales-Aktion draus machen und uns danach vorgeworfen wird, dass wir die Krise ausgenutzt haben, sondern wir wollten legit helfen, also das war der Grund dahinter. Wir dachten, es melden sich so ein paar hundert Schulen. Wir haben es auch nur, ich würde sagen, auf YouTube, TikTok, Instagram announced, einmal kurz, wir geben kostenlose Testaktionen raus und danach fünf Tagen hatten wir 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben im Wert von über 30 Millionen Euro. Und das habt ihr umsonst gemacht? Das haben wir umsonst gemacht, was uns aber, Riesen-Traffic. Genau, was uns auch extrem gezeigt hat, wie groß die Nachfrage wirklich ist, also auch an Schulen, nicht nur am Nachmittag. Also heißt, die hatten alle das gleiche Problem zur gleichen Zeit. Und nicht nur Schüler, sondern auch Schulleiter, die meinten, wir brauchen endlich mal eine digitale Plattform. Das hat natürlich viel Dynamik, viel Wachstum in kurzer Zeit gebracht. Wie ging das weiter? Also auf einmal habt ihr 1,9 Millionen Lizenzen verteilt, es ist richtig Traffic drin, ihr wart zu dem Zeitpunkt, wie viele Leute? Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, 40 oder 50. Das muss man dann gerade erst mal managen. Ja. Neuen Content auf die Plattform bringen, aber natürlich auch, dass die bestehende Userbase auf einem anderen Niveau auf einmal verwalten. Wie seid ihr damit umgegangen und was hat das mit der Firma gemacht? Man muss dazu sagen, die ganzen User, die reingekommen sind, das ist ja nicht so, als ob die alle konvertiert sind in langfristige Nutzer, weil einfach die Schulen das nicht finanzieren konnten. Weil in Deutschland kannst du das, also das Modell gibt es nicht her. Deswegen war es für uns dann eher wichtig zu verstehen, okay, wir können in ein paar Jahren an einen Punkt kommen, wo wir das neue Schulbuch werden, wo wir quasi die traditionellen Lernmaterialien ersetzen. Und für uns war dann der Fokus eher darauf zu achten, dass wir das Produkt so bauen können, dass es auf einem Niveau ist, dass es das komplett übernehmen kann. Wie definiert ihr heute Erfolg für euch und was sind so die wichtigsten Leitplanken, an denen du dich orientierst? Also unsere Vision langfristig ist We educate the world. Das haben wir auch absichtlich so pragmatisch formuliert, weil wir quasi uns vorstellen, dass irgendwann auf der gesamten Welt Leute mit unserer Plattform lernen können, auch in Ländern, die es vielleicht gar nicht leisten können. Wir wollen wirklich auch dieses Thema Bildung demokratisieren. Das heißt, eine unserer Main KPIs auf Leuchtturmlevel, würde ich sagen, ist die Anzahl der Personen, die wir impacten. Und je mehr Leute damit lernen und erfolgreich werden, desto besser haben wir unseren Job quasi. Das ist dann technisch ausgedruckt die Userzahl in der App? Genau, ja, aber nicht nur in der App tatsächlich, sondern die YouTube-Kanäle, die wir schon damals hatten, sind auch in einer gewissen Weise für uns relevant, weil dort haben wir auch Impact. Und uns geht es jetzt darum, dass wir mit dem B2B-Modell beispielsweise langfristig eine finanzielle Maschine gefunden haben, die alles finanzieren kann, aber wir on top Dinge machen können, die wir eigentlich machen wollen. Zum Beispiel in ein Länder gehen, die vielleicht finanziell betrachtet nicht unbedingt das Sinnvollste wären, aber wo wir einfach Bildung besser machen können. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du jemanden eingestellt hast und das als Beispiel jemanden genannt, der eben wirklich Growth-Marketing versteht und schon mitbekommen hat, wie Firmen schnell wachsen. Was würdest du sagen, wie wachst ihr heute? Welche Prozesse, Mechaniken und Strukturen setzt ihr ein, um größer zu werden? Es hat sich total gewandelt. Also ursprünglich war es nur Word of Mouth, komplett kostenlos. Also heißt, mach einen guten Job, sorge dafür, dass die Leute zufrieden sind und dann darüber sprechen. Und vor allem sorge aktiv dafür, dass du diesen Netzwerkeffekt hast. Bei uns war es so, dass sich Leute die Videos in WhatsApp-Gruppen geschickt haben von der Klausur. Dann warst du direkt in der Klassengruppe, alle gucken sie an. Und so einen Effekt kannst du replizieren auch in der Plattform. Heute ist es so, dass wir sehr stark, gerade im B2B-Segment, durch die Netzwerkeffekte unter Unternehmen wachsen. Also gerade Familienunternehmen sind für uns ein relativ wichtiger ICP, also Customer Profile, weil wenn es einer macht, beispielsweise im Umkreis Bielefeld und erzählt seinen anderen Leuten davon. Und das sind natürlich, wenn sie einmal sich entscheiden, lange dabei bleiben. Genau, das auch. Und vor allem, wenn du gut bist, dann dauert der Prozess vielleicht einen Ticken länger, bis du die Leute auch geclosed hast. Aber am Ende sind die ja auch ähnlich wie du in dem Mindset. Und Qualität ist das Wichtigste. Warum kommt mir das bekannt vor? Das heißt immer, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der den Quatsch am Ende auch bezahlen muss, kannst du davon ausgehen, dass die Barriers to Entry, also sozusagen die initiale Prüfung, ein bisschen tougher sind. Vor allem mit Deutschland. Klar, wenn du aber einmal drin bist und jemanden überzeugt hast, der natürlich der Schlüssel zu den jeweiligen Unternehmen ist oder eine relativ kleine Gruppe von Leuten überzeugt hast, dann bist du meistens mit einem Umfeld in einem Familienunternehmen konfrontiert, was auf sehr viel Lernwurstigkeit ausgerichtet ist. Ist bei uns genauso. Aber ich habe ja schon gesagt, ich glaube, ich brauche so eine Simple Club Lizenz. Dann kann ich hier auf einmal Dinge, Leute, wenn ich hier reinhause und kann Dinge, die mein Team nie von mir erwarten würde, dann ist, ja, genau, bitte Chef, bitte, ist das bitte Chef, melde dich nicht an, oder was? Ja, ja, okay, schon verstanden. Okay, Userbase, wie viele Leute nutzen unsere Plattformen? Vollkommen klar. Jetzt seid ihr natürlich Venture finanziert. Du hast Investoren, du hast Shareholder. Wie kommuniziert ihr mit denen? Wie stimmt ihr die Ziele ab, die ihr als Founding Team habt, als Co-CEOs habt, also Nikolai und du, mit denen, die eure Investoren haben? Ja, das ist eine super wichtige Frage, die wir uns auch gestellt haben. Ich glaube, das Wichtigste, bevor man die Entscheidung trifft, einen Investor reinzuholen ist, sind deine Ziele aligned, weil ein VC beispielsweise hat grundsätzlich ein Zielkonstrukt, das immer gleich ist. Die wollen, die optimieren quasi durch den Einkaufspreis an Shares, dann wollen sie Return über bestimmte Zeit, haben bestimmten Timeframe, in dem sie das erzielen müssen, danach schreiben sie es entweder komplett ab oder es hat funktioniert. So, das ist ja wie ein VC ganz grob funktioniert. Wenn dein Startup nicht in dieses Framing passt, dann würde ich niemals VC Geld aufnehmen, weil du immer zu Konflikten kommen wirst. Ja, und die sind dann meistens sehr, sehr schwer zu beheben, wenn einmal Geld drin ist. Genau, wenn einmal Geld drin ist, hast du eigentlich verloren, wenn es nicht eine Zielüberschneidung gibt. Und für uns war es aber wichtig zu realisieren, dass wir mit SimpleClub auch vorhaben, extrem groß zu werden, einen Impact auf der ganzen Welt zu stiften, aber das auch mit einem Speed, der eigentlich nur machbar ist, wenn du auch externes Geld drin hast. Und da ist es aber wichtig gewesen, dass wir aligned sind in der Hinsicht, wie schnell wir wachsen wollen und auch zu welchen Konditionen. Wir waren niemals Freunde von diesem Topline Growth at all cost und dann extrem improfitabel werden und sowas. Kam einfach auch diese Bootstrap-Story. Aber gleichzeitig wollten wir jetzt auch nicht irgendwie 100 Jahre warten, bis wir mal ein neues Land geknackt haben. Es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das tatsächlich eine der Positionen ist, die ich auch immer wieder von mir gebe, wenn es darum geht, wohin wird Brabus sich, also es gibt so Fragen, auf die freue ich mich bei jeder Konferenz. Wo siehst du Brabus in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Und meine Antwort ist immer die gleiche. Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir in fünf Jahren sein werden, denn meine Reise der letzten fünf Jahre ist schon so abgespaced. Und jedes Jahr war wieder so anders zu dem Jahr davor, dass ich wirklich nur weiß, dass ich es nicht weiß. Was du natürlich tun kannst, ist, dass du eine normative, also sozusagen eine wertegetriebene Ausrichtung hast, so Dinge sagst, wie wir ja hier auch sagen, wir möchten langfristig ausgerichtet unser Geschäft machen, wir gehen nirgendwo hin. Das Brabus bleibt Familienunternehmen und wir wollen es weiterentwickeln und zum Beispiel auch nicht verkaufen. Die Frage, die ich jedem stelle, der auf uns zukommt und fragt, kann ich Brabus kaufen? Kann ich bei euch Anteile kaufen? Kann ich den Laden komplett kaufen? Die Antwort ist immer, wofür? Wofür genau soll ich mir jetzt Geld in die Bilanz legen? Also um was damit zu tun? Denn alleine Geld, und das habt ihr euch ja sehr genau überlegt, alleine einen Investor an Bord zu holen und eine Runde zu closen, bringt ja erstmal gar nichts. Ab dem Moment, wo das Geld auf deinem Konto ist, natürlich greifen. Und dann fängt der Stress und die Arbeit eigentlich an. Dann fangen auch die Möglichkeiten an. Aber nur Geld von einem Investor zu bekommen, heißt ja nicht, dass es dein Geld ist oder dass du jetzt in Rente gehen kannst, sondern du hast das Geld ja bekommen, um etwas damit zu tun. Der eine Satz war richtig gut. Es ist nicht dein Geld. Das war für uns auch eine wichtige Erkenntnis am Ende. Wenn du ein Investment reinholst, ist es nicht so, als ob du deswegen überleben solltest, weil das ist nicht etwas, was du durch eigene Betriebswirtschaft aufgebaut hast und was nachhaltig ist. Es ist quasi, und da stimme ich dir zu, viele Startups haben das in den letzten Jahren, glaube ich, auch falsch gemacht und sind in diesem Mindset gewesen von, ich hole ein Funding nach dem anderen rein. Das Geld, was du reinholst, wird an sich zum KPI. Das wird zu der Geschichte, wir haben 100 Millionen Euro an Funding gekommen, wir haben 500 Millionen Euro an Funding gekommen, wir haben 10 Millionen Euro an Funding gekommen. Das wird die Story. Dabei fängt die Story doch dann erst an. Die Frage ist ja, was machst du draus? Genau. Das Problem ist, dass in den letzten Jahren es relativ einfach war, dadurch trotzdem finanziell erfolgreich zu werden, sowohl als Investor als Gründer, weil entweder du hast dann einfach Secondaries rausgezogen bei jeder großen Runde oder du hast als Investor relativ früh an den nächsten Dommern weiterverkauft. Dann haben wir quasi alle, die was in diesem Hyper-Growth-State mitgemacht haben, verdient. Aber es ist halt für das Unternehmen selbst nicht nachhaltig. Was mir immer wieder begegnet, ist, dass Gründer von Unternehmen dann einen Investor reinholen und sich nicht darüber bewusst sind, dass dieser Investor ist Shareholder. Dieser Investor ist Anteilseigner. In dem Moment ist es zu einem gewissen Teil nicht mehr dein Unternehmen, sondern es ist euer Unternehmen und er hat die gleichen Rechte wie du als Shareholder. Genau. Und diese Erwartungshaltung musst du so glasklar kennen. Das war auch ein riesiges Learning für uns, als wir das erste Mal Leute reingeholt haben. Uns war ehrlich gesagt auch nicht bewusst, was das genau bedeutet langfristig. Was ist genau der Return, den die erzielen wollen? Auf welche KPIs achten die? Und jetzt inzwischen, weil du auch vorhin die Frage gestellt hast, wie kombinieren wir Unternehmensziele mit Investoren-Relations und solchen Zielen? Wir mappen das sehr transparent in beide Richtungen. Also jeden Monat schicken wir natürlich unser Investor-Reporting raus und jetzt machen wir es inzwischen auf einem Niveau, wo wir sagen, jeder im Team, der Growth-Impact hat, kennt dieses Investor-Reporting, weiß ganz genau, welche Zahlen wir da erreichen müssen. Die sind komplett aligned mit den Unternehmenszielen, selbst unabhängig von Investoren. Und gleichzeitig achten wir aber auch sehr gut darauf, wie wir es an die Investoren reporten, sodass es eine schlüssige Story ist. Da prallen natürlich auch wirklich klassisch deutsches Familienunternehmensverständnis oder Familienunternehmerverständnis und eine Welt, die im Prinzip Kapitalmarkt getrieben ist, aufeinander, in der es eher um Wachstum geht. Der deutsche Familienunternehmer ist ja traditionell jemand, der sagt, ich habe angefangen und ich bin ab dem ersten Jahr profitabel. Also halt mit anderen Worten, ich war alleine unterwegs, dann habe ich irgendwann angefangen, die ersten Mitarbeiter für welches Geschäft auch immer einzustellen und dann musste ich Gehälter zahlen. Da besteht ja der Zwang zur Profitabilität, es geht nicht anders. Kannst du die Gehälter nicht bezahlen, sind deine Mitarbeiter nach einem Jahr wieder weg oder du bist insolvent, weil du es einfach nicht bezahlen kannst. Jetzt funktionieren ja viele Startups heute oder viele kapitalmarktetriebene Geschäftsmodelle andersrum, sondern es wird eben Geld ausgegeben und danach ist ein Geschäft womöglich jahrelang unter Umständen in der Tech-Industrie auch jahrzehntelang erstmal nicht profitabel, sondern es geht darum, Märkte zu besetzen, es geht darum, Wachstumseffekte zu erreichen oder ein Platzhirsch zu werden in einer Industrie und viele Tech-Unternehmen sind so ja sehr, sehr groß geworden, haben sehr lange mit Profitabilität gestruggelt. Ich erlebe immer wieder, dass diese Realitäten hart aufeinanderprallen und freue mich, ehrlich gesagt, jemanden zu treffen, wie dich der sagt. Das höre ich jetzt aus deinen Aussagen raus. Ich war von Anfang an darauf konzentriert, ein profitables, operatives Geschäft aufzubauen, weil das gesund ist. Es ist eben langfristig nur gesund, also langfristig nicht gesund für alle Beteiligten, kein profitables, operatives Geschäft zu haben, sondern es ist nur für diejenigen, die einen Absprung schaffen, weil sie die Geschichte gut erzählt haben, gesund, die den Hype mitnehmen können, also am Ende spekulieren, indem sie selbst die Geschichte erzählen und es dann weiterverkaufen an andere. Ist nicht meine Welt, sondern mein Interesse ist immer gewesen, ein Unternehmen zu betreiben, wo du jedes Jahr am Ende auf die Bilanz und den Cashflow und die EUV schauen kannst und hast Ergebnisse und lässt dich an denen auch messen, egal wie gut oder schlecht sie sind. Das lief lange Zeit natürlich nicht nur im Silicon Valley, sondern in Berlin auch anders. Inzwischen kehrt da eine gewisse Realität rein. Ja, auch wegen der Marktsituation. Ich glaube, das Coole ist, dass du beide Welten ganz gut kombinieren kannst, wenn du die richtigen Dinge von beiden Welten nimmst. Beispielsweise, wie du gerade gesagt hast, uns war es wichtig, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu haben, Profitabilität an sich erstmal zu erreichen, ist auch ein super wichtiges Learning. Wie schaffst du das überhaupt? Und wirklich am Anfang jeden Euro zweimal umzudrehen, bevor du den irgendwo reinsteckst. Selbst deine Zeit als Investment zu sehen, welche Minute stecke ich gerade wo rein, weil du einfach nur eine begrenzte Menge an Minuten hast, die du reinstecken kannst. Aber gleichzeitig dann auch zu verstehen, wie funktioniert die VC-Welt und warum sind VC-funded Startups auch erfolgreich? Und da ist dieser Aspekt Speed halt richtig gut. Was aber viele nicht verstanden haben ist, gerade in der Early-Stage-Phase kannst du mit zwei Millionen die gleichen Fehler machen wie mit zehn Millionen, nur sind sie halt fünfmal so groß. Und da war unser Glück, dass wir niemals so viel Geld am Anfang aufgenommen haben, dass wir einfach die gleichen Fehler mit ultra viel Geld gemacht haben, sondern sehr viel am Anfang gelernt haben. Und wenn du beides kombinierst, ein Sustainable Financial Mindset, gleichzeitig aber trotzdem Bock auf Growth hast, weil du einfach weißt, dass du dadurch deine Vision erreichen kannst, hast, dann macht es meiner Meinung nach auch Sinn. Das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob ich was gegen Venture-finanzierte Unternehmen hätte. Ganz im Gegenteil. Es ist natürlich wie ein Turbo, der dir nochmal extra Speed verleiht, weil du kannst natürlich Ideen einfach in einer höheren Geschwindigkeit umsetzen. Also wenn ich hier als Geschäftsführer irgendwann feststellen sollte, wir haben so viele Ideen, dass wir sie aus eigener Kraft, dass wir einfach an Finanzierungsgrenzen stoßen, wir sehen Chancen, die wir nutzen könnten, die wir aber selber nicht umsetzen können, weil einfach das Geld fehlt, was du organisch mit anderen Worten selbst verdient hast, um es dann wieder einzusetzen. Wenn ich aber sehe, hey, der Education-Markt verändert sich, ich brauche eine App, ich brauche eine Plattform und ich möchte auf der ganzen Welt mit meiner Plattform erfolgreich sein und ich möchte, dass im Zweifel ein großer Teil der Menschheit in einem gewissen Alter mit meinen Lerninhalten lernt und ich will das in einer Generation hinbekommen und habe keinen Background, der jetzt mir ermöglicht, das zu tun, ja, woher soll ich das Geld dann nehmen? Und da wäre es natürlich Venture Capital ein Vehikel, was wir in Deutschland noch viel zu wenig einsetzen, denn es gibt eine Menge Firmen, die davon profitieren würden, eine gute Venture Capital Finanzierung zu finden. Eine Sache, die auch unterschätzt wird bei VC, ist der Blueprint, weil es gibt so viele Unternehmen, die schon aufgebaut wurden, die entweder erfolgreich wurden oder nicht und wenn du die ganzen Historien mal übereinander mapst, dann ergeben sich Muster und diese Muster zu kennen, ist sehr, sehr wichtig als Gründer, weil du einfach Fehler vermeiden kannst. Diese Fehlerkultur wird ja oft kritisiert in Deutschland, dass Leute nicht bereit genug sind, Fehler zu zelebrieren und so weiter und ganz ehrlich, ich bin auch nicht ein Mensch, der sagt, ich zelebriere Fehler, aber ich zelebriere halt Testen und wenn es einen Fehler ergibt, fein, mach ihn halt nicht nochmal, aber es ist wichtig, das gehört dazu. Ich sage mal, wenn wir nicht genug tun im Unternehmen, also ich sage mal, ich manage die Company heute hier auf zwei Dinge Speed und Resilience, also fangen wir mal hinten an, Resilience, also Resilienz heißt konservativ finanziert sein, auch in der Lage sein, mal eine Krise zu überstehen und generell konservativ mit Ressourcen umzugehen und auf der anderen Seite Speed heißt für mich, wir müssen und das ist in den letzten fünf Jahren bei Brabus natürlich spürbar geworden, dadurch, dass wir zum Beispiel sehr, sehr viel Produkte neu auf den Markt gebracht haben, alte Labels wie ein Brabus Rocket haben wir da am aufleben lassen mit vielen tollen, faszinierenden Fahrzeugen, uns angefangen haben mit neuen Marken, wie zum Beispiel 911er, Porsche zu beschäftigen und ich sage mal, wenn wir nicht genug ausprobieren, also Speed aufbauen im Sinn von, wie viele Projekte machen wir, wie viele Dinge kriegen wir fertig, wie viele Tests stellen wir dem Markt vor, Brabus 1300R, unser erstes Motorrad, was wir vor circa anderthalb Jahren gemeinsam mit KTM entwickelt haben, ist für mich insgesamt ein neues Produkt, aber auch ein Test, weil ich kann in dem Moment, wo ich das auf den Markt bringe, ein sehr, sehr stark limitiertes Produkt bauen und kann testen, wie reagiert die Community, gibt es Menschen, die die Geschichte mitgehen, nimmt uns das der Markt ab, erkennen sie die Leistung an, sind die Features die richtigen, haben wir den richtigen Antrieb, etc., etc. Und das ist natürlich bei euch in einem digitalen Produkt noch viel wichtiger, insgesamt braucht aber jede Company einfach diesen Speed, dieses Ausprobieren und Fehler passieren dann natürlich immer. Ich glaube, du brauchst auch diese Einheit, die sich dedicated nur um User Research oder Market Research kümmert. Das haben wir auch früh gemerkt, als wir die ersten App-Version gebaut haben, dass wir gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass wir in der ersten Interation hatten wir eine Interationsdauer von sechs Monaten und quasi in einem Jahr hast du nur zweite Reaktion, das ist so langsam, haben wir gesagt, okay, wir müssen es auf mindestens 50 im Jahr erhöhen, also quasi jede Woche. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, das müssen wir so operationalisieren, dass es quasi in der DNA der Company verankert ist, dass du jeden Tag mit Nutzern testest. Jetzt habt ihr ja, ihr seid ein immer noch relativ junges Unternehmen. Wie schaffen Nikolai und du das, die Verbindlichkeit, die du für so einen Speed brauchst und auch das Verständnis der Leute, diesen Speed aufrecht zu erhalten, wie schaffst du das, das in die Company reinzubringen? Also es ist eine Kultursache komplett. Das heißt, es hängt am Ende 100 Prozent an den Leuten, die du im Team hast. Das heißt, unser Hiring- Prozess ist inzwischen sehr lang geworden und sehr, ich würde mal sagen, auch ausführlich. Das heißt, am Anfang checken wir natürlich, wir screenen super viele Leute, wir gehen aktiv über Talent Acquisition, werben wir Leute ab und dann durchlaufen die erstmal den normalen Prozess, wo wir natürlich checken, ob die gut genug sind, aber dann am Ende haben wir so viele Culture Checks und jeder, der ins Team kommt, läuft immer noch an uns beiden vorbei, ganz egal, wie stressig die Zeiten sind und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du das bis zum Ende behältst, weil da genau in diesen Gesprächen checken wir nämlich, sind die Leute ready, richtig Vollgas zu geben? Sind das Personen, die intrinsisch motiviert sind, das Beste aus sich rauszuholen und nicht nur für den Arbeitgeber arbeiten? Wir hatten vorhin den Punkt, ist Brabus für jemanden erste Wahl, ist Simple Club für jemanden erste Wahl? Ich merke inzwischen, oder meine Challenge hat sich in der Hinsicht auch verändert, wenn wir zum Beispiel heute Führungskräfte einstellen, dann weiß ich, in dem Moment, wo ich einen Kompromiss mache und nicht die Frage nach dem Kulturfit des oder derjenigen zuerst stelle, weiß ich, das Team arbeitet inzwischen in einer so hohen Geschwindigkeit und mit einem so hohen Bewusstsein für das, was wir erreichen müssen, dass das Team den oder diejenige abstoßen wird. Ja, ich glaube, es ist auch dann super wichtig, auch harte Entscheidungen treffen zu können, weil du, du hast ja am Ende, wenn du Leute reinholst, einmal die Verantwortung, die richtigen Leute reinzuholen in einer gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung, aber gleichzeitig, wenn du dann doch merkst, okay, die Entscheidung war die falsche, relativ zügig auch festzustellen, du musst den Cut machen, was gegenüber dieser einen Person natürlich super scheiße ist, das ist klar, aber gegenüber dem restlichen Team einfach deine Verantwortung, weil du musst ja, wie du sagst, diesen Organismus gesund halten. Ja, absolut. Egal, wo man bei euch war, jede Person ist einmal super begeistert von dem, was sie macht, aber auch super offen, also man merkt richtig, dass sie Passion für das Thema haben, was der perfekte Beweis dafür ist, dass ihr eine richtig geile Kultur aufgebaut habt, die sich ja nicht nur dadurch halten kann, weil jemand aus dem Leadership immer wieder sagt, ey, wenn ein Kunde vorbeikommt, das kommt automatisch von den Leuten, das merkst du auch sofort. Ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu, weil am Ende ist es gerade bei uns super wichtig gewesen, zu realisieren, dass wir gerade diese Kultur in einer gewissen Weise aktiv aufbauen müssen und von Grund auf, gerade bei der Diskussionskultur, diese Regeln aufstellen müssen, ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Also, wenn jemand eine Idee pitcht, ist es ja oft so, dass irgendwann eine Identifikation mit dieser Idee stattfindet und wenn dann die Idee runtergemacht wird, das automatische Beleidigung für so einen selbst ist. Und dieses Detachment musst du quasi schaffen. Es ist nicht deine Idee, es ist eine Idee, die du gerade pitcht und es könnte genauso seine oder ihre Idee sein und nur dann schaffst du es, dass die Leute nicht beleidigt sind und dann auf emotionaler Ebene diskutieren. Ja, da bist du als CEO natürlich auch absolut gefragt, richtig zu kommunizieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht immer einfach, weil du hast natürlich, und das bringt mich zu einem Teil unserer Fragen, die mich sehr interessieren, so ein Unternehmen zu führen, ist ja saumäßig anstrengend. Wo holst du dir deine Energie her? Und wie hältst du mit deiner Energiehaus? Wie schaust du, dass du ausgeglichen bleibst im Unternehmen? Ja, also das Erste, was mir eingefallen ist, ist wirklich die Co-Founder-Relationship. Hört sich wieder super cheesy an, aber ich bin super dankbar dafür, dass Nico mein Co-Founder ist und wir das Ganze zusammen machen, weil wir immer wieder die Situation hatten in der Vergangenheit, als auch schwierig war, dass wir einfach trotzdem drüber gelacht haben. Das ist das eine und das andere ist, glaube ich, dass du, wenn du mit dem Unternehmen klares Warum hast oder auch langfristig hinbildst und bei Bildung ist es nochmal naheliegender, weil du auch merkst, was für krasse Storys du teilweise erlebst, das muss dich einfach motivieren. Das heißt also im Prinzip die normative Ebene, also die Mission der Company, trägt natürlich das ganze Team. Ja, und jeder kennt diese Storys. Ich glaube, es ist auch wichtig als Geschäftsführer dafür zu sorgen, dass diese Storys Teil der DNA werden, dass die auch weitererzählt werden, selbst wenn du nicht im Raum bist. Super interessant. Und das ist halt wirklich super powerful. Eines der zentralen Themen war, dass wir uns zusammensetzen mussten, um wirklich herauszufinden, was wollen wir in dieser neuen Generation. Parallel ist auch noch unser CTO in Rente gegangen. Wir haben heute mit Jörn, mit dem ich auch viele YouTube-Videos zusammen mache, einen neuen CTO bekommen. Es sind viele neue Leute an Bord gekommen, aber auch viele Veteranen dabei geblieben. Man muss es für alle wieder einen neuen Sinn finden und neue Ausrichtung finden. Wir haben das damals alles zusammengeschrieben. So Dinge wie, wofür stehen wir? Was wollen wir erreichen? Welche Produkte wollen wir machen? Was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Und das, was dabei rauskam, ist jetzt gerade auch der Titel der Brabus Signature 23 gewesen, nämlich der Begriff One Second Wow. Total, ja. Also ich glaube gerade, also erstmal, ich finde es crazy, darüber nachzudenken, wie klar für mich auch dieses Bild ist, wenn du sagst One Second Wow. Ja, super powerful. Bei uns war es echt interessant, als wir diesen Satz We Educate the World etabliert haben und auch den Kontext gegeben haben, warum wir das machen wollen. War es echt krass, weil uns hat das mal vor drei Jahren irgendein guter Bekannter gesagt, der meinte, euch muss bewusst sein, in Deutschland macht ihr Bildung irgendwie besser, aber in anderen Ländern macht ihr sie vielleicht erst möglich. Das ist ein Satz, den habe ich von dir gehört. Du hast das bei einer, ich glaube, bei einer Konferenz vor einiger Zeit mal gesagt und ich habe mir das in der Vorbereitung für heute angesehen. Ich fand das super faszinierend, weil es sofort einleuchtend ist. Ihr habt natürlich das dickste Brett oder zumindest jetzt in der westlichen Welt eines der dicksten Bretter zuerst gewählt, weil Deutschland ja nun wirklich mehr als genug systematische Probleme bietet, um Bildung besser zu machen. Es gibt ja unendlich viele Länder auf der Welt, in denen ihr so wie du sagst, nicht nur es besser macht, sondern in denen überhaupt gar kein Bildungssystem vorhanden ist. Wie wollt ihr die Nuss knacken? Also wie geht ihr da ran und welche Länder sind für euch in den Fokus? Es ist ganz interessant, weil wenige Leute darüber Bescheid wissen, was wir im Hintergrund eigentlich schon getestet haben. Wir haben nämlich vor einigen Jahren schon angefangen, für den indischen Markt, für den US-Markt, für Spanien und Frankreich die Content-Lokalisierung zu testen und auch die App- Lokalisierung. In Frankreich hätten wir sogar so ein MVP der App, den wir mit Schulklassen getestet haben, mit Lehrkräften, um zu schauen, merken die einmal, dass es ein deutsches Produkt ist, was schon mal No-Go wäre und das Zweite ist, passt es auf deren Schulsystem? Und die Antwort war, einmal sie dachten, es ist eine französische App und das andere war, es war perfekt auf deren Bedürfnisse. Das heißt, wenn du es runterbrichst, sind die ganzen Schulsysteme auf der ganzen Welt klar unterschiedlich voneinander, aber wenn du auf die einzelnen Skills gehst, wie du verstehst die Protein- Biosynthese oder sowas, das ist überall gleich, also hoffentlich, sonst hätten wir ein grundsätzliches Problem, aber das kannst du auf alle Bereiche der Hard-Skills übertragen. Mechatroniker, am Ende, wenn du eine Qualität haben möchtest, die die Top-Qualität ist, müssen theoretisch auch alle das Gleiche lernen, egal ob die in Deutschland arbeiten oder in Amerika bei Tesla oder wo auch immer. Und wenn man das versteht, kann man relativ easy drüber nachdenken, wie man dann in die nächsten Länder geht und dann ist es eher die Frage, welche machst du zuerst, in welche Reihenfolge und so weiter. Für uns war es wichtig, erstmal ein finanzielles Backbone zu haben, was uns in die Lage bringt, Dinge zu tun, die wir machen wollen. Das heißt, erstmal zu gucken, dass wir auf einem gewissen Level sind und da arbeiten wir immer noch dran, dass wir dann danach in Länder gehen können, wo wir sagen, da wollen wir es einfach möglich machen. Und da gibt es Länder wie Wo lernst du, dich als Unternehmer und als CEO weiterzuentwickeln? Wie gehst du mit Feedback und Kritik um oder mit Aussagen, die du vielleicht noch nicht hören willst, die dir aber weiterhelfen und was ist dein Simple Club? Also mein Mitgründer und ich, wir haben uns sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, was gut war und wir sind auch gleich gewachsen, also in der gleichen Geschwindigkeit. Ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, hast du immer wieder Konflikte, weil die eine Person zum Beispiel mehr darüber gelernt hat, wie man miteinander kommuniziert, während die andere dafür gar keine Antennen gebaut hat. Das heißt, das war schon mal wichtig. Dann hatten wir zusammen mal eine Challenge, da haben wir ein Jahr in Berlin gelebt, da hatten wir nämlich ursprünglich unser Office. Da hatten wir so einen Lifestyle, da sind wir jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, abends um neun ins Bett, haben nichts anderes gemacht außer Arbeit und haben dann die Challenge gehabt, dass wir jede Woche mindestens ein Buch lesen. Es war wirklich ein Jahr nur mit Arbeit, also keine Freizeit. Ich glaube auch, dass du ab einem gewissen Engagement, wenn du so eine Story erzählen möchtest, wie ihr sie erzählt und auch noch vorhabt zu erzählen, dann ist die Frage der Work-Life-Balance erstmal nicht relevant. Jetzt bist du 28, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch andere Entwicklungen in deinem Leben irgendwann, das ist ja normal, irgendwann wollen die meisten Menschen eine Familie haben oder sie bekommen Kinder oder oder und dann entwickelt sich natürlich die eigene Idee vom Leben und logischerweise die eigene Aufteilung der Zeit auch weiter beziehungsweise wollen dann andere Menschen auch ein Stück von der eigenen Aufmerksamkeit und von 4.30 Uhr bis 9 Uhr abends arbeiten geht nicht mehr. Aber wie ist das für dich? Arbeitest du? Nimmst du das als Arbeit wahr? Oder ist es einfach dein Baby und du stehst Maus auf und machst einfach? Also es ist nicht so, dass ich das klar trenne und ich habe da auch so eine, ich würde sagen, unpopular opinion, weil aktuell wird sehr viel darüber gesprochen, dass du sehr auf Work-Life-Balance achten musst, dass du auf deine Gesundheit achten solltest und dich nicht überarbeiten sollst und so weiter. Ich finde, das stimmt klar, da sollte man darauf achten. Aber, und das ist eine Meinung, bei der ich mir nicht bei allen Freunde mache, wenn du dir die erfolgreichsten Menschen der Welt anschaust, hatten die alle mindestens eine Phase in ihrem Leben, wo die so hart gearbeitet haben und durch die Hölle gegangen sind, in ihrem Keller saßen, keine Menschen gesehen haben, wirklich ihr Leben dafür gegeben haben, um auf einen bestimmten Punkt zu kommen. Dass du, ich glaube, stark, dass du bereit sein musst, so eine Phase zu gehen. Das heißt nicht, dass dein Leben durchgehend so aussehen sollte, auf keinen Fall, weil am Ende ist dein Leben steht ja aus den Zyklen, aus Arbeit, Reward, Arbeit, Reward und wenn der Zyklus selber immer scheiße ist, hast du auch ein scheiß Leben. In dem Moment, wo der die Story, wofür tue ich das alles, abhanden kommt, wird es natürlich problematisch, weil das ist ja, das höre ich aus deinen Erzählungen raus, das ist natürlich auch der Fixstern, dem du immer hinterherläufst. Das ist eine Frage, die ich mir sehr, sehr regelmäßig stelle, was natürlich viele Phasen gibt und auch in meinem Leben ganz viele Phasen gab, wo es echt die Hölle war, ist immer wieder, führe ich die Company oder führt die Company mich? Ich glaube, solange du es unter Kontrolle hast, ist das das, was dich auch zumindest unserer Erfahrung nach jetzt auch gesund hält. Aber ich glaube, was viele unterschätzen ist, dass es trotzdem diese Phasen geben muss, in denen du aktiv die Entscheidung treffen musst, zu sagen, ich gehe jetzt volle Kanne durch und ich akzeptiere auch nicht, wenn ich mal kurz mal schwach bin, weil das Problem ist, ich muss es halt doch durchziehen. Wir hatten einmal einen Moment, dadurch, dass wir bootstrapped waren und niemals dann große Investoren irgendwie an Bord hatten, wir hatten einen Moment im Sommer vor einigen Jahren, wo wir dachten, wir überleben nicht. Und es war so konkret, dass wir eine Landingpage gebaut hatten, wo drauf stand, sorry Leute, es ist vorbei. War eine coole Zeit, die war fertig designt. Wir hatten die nur noch online stellen müssen. So sicher waren wir, dass es eine Option ist, dass es uns nicht mehr geben wird. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir zwei Optionen. Entweder wir machen so weiter wie bis jetzt und es gibt uns safe nicht mehr oder wir ändern radikal, wie wir arbeiten und bauen das Ding auf das nächste Level, sodass es auch nachhaltig richtig Revenue macht. Und da haben wir alles gegeben. Zwei Dinge dazu. Erstens, das ist auch einer der Gründe, warum ich das, ich tolle Geschichte, warum ich diese Podcasts mache und mich so viel wie möglich mit anderen Unternehmern austausche, weil ich glaube, dass diese Geschichten insbesondere im deutschsprachigen Raum nicht genug erzählt werden. Wir haben eine völlig andere Kultur, wenn es um Fehlschläge, Fehler oder auch mal jetzt so unternehmerische Nahtoderfahrungen geht, wie die, von der du gerade berichtet hast, als beispielsweise die Amerikaner. Erstens und zweitens, ich finde es total wichtig, über diese Dinge zu sprechen, weil du eben auch die Frage stellen kannst, brauchten wir das? Also ich habe, wir haben viele Krisen hier im Unternehmen schon gehabt. Ich glaube, es wird auch immer wieder Krisen geben und ich glaube, das muss uns bewusst sein und wir müssen begreifen, dass wir darauf hinarbeiten können, dass sie wieder auftreten oder wenn sie dann passieren oder wie beim Tod meines Vaters und dem Unternehmensübergang in die nächste Generation vor fünf Jahren, wenn sie passieren oder sie nicht erwarten kannst, dann musst du als Unternehmer damit umgehen. Du musst dranbleiben und es ist eine absolute Kernleistung des Unternehmers in so einem Moment, dem Team, den Shareholdern, den Investoren zu sagen, okay Leute, nein, wir bleiben dran, wir kriegen das irgendwie hin und wenn wir jetzt hier ein halbes Jahr die Wände zusammenstreichen müssen. Wie habt ihr das damals hinbekommen? Wir haben damals tatsächlich eine harte Entscheidung treffen müssen und mussten die Hälfte unseres gesamten Teams gehen lassen. Wir waren gerade 30 Leute, das war noch so diese YouTube-Historie, wo wir langsam die erste App-Version hatten und wir wussten einmal, wir schaffen es finanziell auf keinen Fall mit diesen Leuten und das andere war, es waren auch nicht die richtigen Leute, um eine Tech-Plattform aufzubauen. Danach, und das war das Wichtigere, wir haben uns mit den restlichen Leuten zusammengesetzt, nach München damals, haben dort einen Workshop gemacht und von Grund auf definiert, was für eine Art von Company wollen wir bauen? Ähnlich wie du es auch vorhin beschrieben hast, mit der Company-Culture, wie wollen wir miteinander umgehen, wie sehen wir die Vision langfristig, wie soll der Impact von jedem von uns sein? Das haben wir gemeinsam festgelegt und das ist immer noch, dieses Foto von dieser Flipchart, zeigen wir immer noch in jedem Onboarding-Call, jedem neuen Mitarbeiter, obwohl wir inzwischen auf so vielen anderen Levels auch digital unterwegs sind. Und diese Kombination war der Hauptgrund, warum damals auch niemand gegangen ist. Die haben alle gesagt, wir boxen das jetzt durch, obwohl zu dem Zeitpunkt, das war die Kombi mit der Rechtschreit-Geschichte, die ich schon kurz angekündigt habe, mein Mitgründer und ich mussten an dem Tag zum Anwalt fahren und eine Bürgschaft unterschreiben, wo quasi drauf stand, wenn wir diese Abfindung nicht zahlen können, dann ist es vorbei. Es gibt viele Dinge, die mein Vater mir mit auf den Weg gegeben hatte. Er hat immer gesagt, du wirst ab und zu mal in einen Pool springen müssen, ohne zu wissen, ob Wasser drin ist. Das berücksichtigend habe ich aber häufig den Eindruck, dass wenn du mit einer, mit einem Unternehmen erfolgreich bist, im deutschsprachigen Raum, immer schnell gesagt wird, ach ja, der Alex Giesecke, das ist ja der Gründer von SimpleClub. So und der ist automatisch, der ist erfolgreich, der ist wohlhabend, der wird das auch immer sein und es ist vollkommen selbstverständlich. Ich frage mich immer, wie Menschen, Unternehmer anders sehen würden, wenn sie das tägliche Tun wirklich mitbekommen würden. Denn zumindest mal meine tägliche Realität ist überhaupt nicht geprägt von irgendeiner Form von Selbstverständlichkeit, sondern sie ist davon geprägt, dass jetzt gerade unsere Kollektion 23 draußen ist, also Signature 23 gerade vorbei, sicherlich ein cooler Meilenstein und wir uns schon, bevor die Show anfängt, Debriefing-Listen schreiben, um auf die Show im nächsten Jahr, um auf die Produkte im nächsten Jahr hinzuarbeiten, mit dem klaren Wissen, dass wenn wir diese Hausaufgaben nicht vernünftig machen, dieses Unternehmen nicht erfolgreich bleiben wird. So und mal sind das Einjahresprojekte, mal zwei, mal drei mit unterschiedlichen Commitments, aber selbstverständlichen Erfolg gibt es nicht. So und Geschäftsmodelle, die von alleine bis in die Ewigkeit laufen, habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt ein paar auf der Welt, die ganz gut aufgestellt sind in der Hinsicht, aber ich zumindest muss hier jeden Tag mit dem Team neu angreifen. Total. Und ich habe das Gefühl, dass das viele Menschen da draußen nicht verstehen. Ich glaube, übertragen auf die Startup-Welt ist es auch dieses Thema von Product-Market-Fit. Viele denken, du musst es testen, bis du es hast und dann ist es so ein Zero-to-One und dann bleibt es auch so, was aber nicht stimmt, weil ein Jahr später kann es ja genauso gut sein, dass du den Product-Market-Fit nicht mehr hast. Das heißt, du musst auch irgendwie diese Kultur etablieren, dass du dich ständig challengest. Du meinst beim Abiturienten, wenn ihr jetzt in der Schule Schülern euer Produkt anbietet oder Schulen onboardet, dann machen die ja alle irgendwann Abitur. Genau. Das heißt, irgendwann fällt der Kunde weg, in dem Fall, weil er Abitur macht und dann in dem Moment als Kunde für euch nicht mehr in Frage kommt. Genau. Wenn ihr jetzt auf Unternehmen zugeht, so habe ich dich verstanden, dann boardet ihr das Unternehmen an und das hat ja jedes Jahr neue Azugis. Genau. Also ihr habt ein ganzes System angedockt, was euch ermöglicht, jedes Jahr wieder innerhalb der bestehenden Lizenzen neue Kunden zu bewirtschaften. Ja. Und das Interessante dahinter ist dieses SaaS-Modell, weil die Ownership der Subscription liegt nicht beim Endnutzer, sondern beim Unternehmen. Das heißt, der Seed, den du verkaufst, der bleibt, aber die Person, die ihn besitzt oder die nutzt, rotiert halt durch. Und das ist halt etwas, wo wir selber auch gemerkt haben, das disruptiert ja in gewisser Weise unser bestehendes Geschäftsmodell, nicht weil es sich kannibalisiert, sondern weil es einfach ein neues Modell ist. Und für uns war dann wichtig zu entscheiden, okay, was ist der Hauptfokus langfristig? Und wir haben gesagt, okay, das ist echt ein ziemlich geiles Modell, was sich jetzt schon gut zeigt. Wie sieht das in zehn Jahren aus? Wahrscheinlich wird das das Ding sein, was uns auch sehr gut durch Krisen bringen kann. Allein deswegen, weil viele Unternehmen auch jetzt schon drei Jahresverträge abschließen und da einfach sicher sein wollen. Superspannender Punkt, den ich häufig, häufig mit insbesondere jungen Leuten diskutiere. Es kommen inzwischen viele auf mich zu, die sagen, Konstantin, ich will auch reich, ich will auch reich werden. Das ist ganz spannend. Wie werde ich Unternehmer, wo ich dann immer wirklich lache und sage, Leute, das ist wie sie falsch rum aufs Pferd zu setzen. Sagt mir doch bitte, was ihr tun wollt. Und dann macht es lange mit viel Leidenschaft und vielleicht werdet ihr damit erfolgreich und womöglich auch finanziell, wirtschaftlich so erfolgreich, wie ihr euch das vorstellt. So rum ist die Gleichung die richtige. Jetzt hast du ja das große Glück mit Nikolaj gemeinsam, dass ihr wirklich eine Mission für euch gefunden habt. We educate the world. Genauso wie zum Beispiel ich meine unsere Mission hier, One Second Wow, die am Ende intelligentes und begeisterndes Industriedesign beschreibt, auch sicherlich auf verschiedene Produkte übertragen kann und mit diesem Ökosystem dann wachsen kann. Was viele junge Leute nicht verstehen, meiner Meinung nach ist, dass sie einfach was anfangen müssen. Ja, voll. Und ich glaube, ein Punkt, der mir da besonders wichtig ist, ist, was du genau machst, weil es hat sich irgendwie über die letzten Jahre rauskristallisiert, gerade bei jungen Leuten, die ins Unternehmerzum gehen. Dass es diese zwei großen Richtungen gibt, entweder du machst was, was wirklich Value hat langfristig, auch für die Gesellschaft, oder du machst halt ein Cashflow-Business, wo man so Sachen einordnen kann, finde ich, und das soll jetzt kein Bashing sein, aber Dropshipping oder solche Dinge. Wenn ich das vergleiche mit dem Flixbus, die wirklich Value stiften, die langfristig auch als Gründer eine, ich würde mal sagen, sehr moralisch gute Vision haben, auch wieder Kapital zurück in die Gesellschaft zu führen und so weiter, das ist ein ganz unterschiedliches Mindset und ich sehe immer wieder junge Leute, die uns ansprechen, die sagen, ey, wie kann ich auch ein Unternehmen gründen oder ich habe hier das Cashflow-Business gebaut und ich mache so und so viel monthly Cashflow, wo ich so denke, das kannst du machen, ist cool, aber das wird langfristig nicht einen Impact in der Welt stiften und willst du deine Zeit in etwas investieren, wo du einfach nur Geld machst oder wo du gleichzeitig auch etwas verbessernst? Das ist ja nicht, es ist ja nicht verkehrt, eine finanzielle Ambition zu haben. Genau, überhaupt nicht. Wenn ich sollte, sollte und wird wahrscheinlich Teil jeder Unternehmensgründung sein. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung ganz klar sagen, dass die Idee, der ich hinterherlaufe oder an der ich gemeinsam mit unserem Team arbeite, tolle Produkte zu bauen, die wirklich begeistern, mich viel mehr antreibt, als die Frage, ob wir ein Prozent oder zwei Prozent profitabler oder weniger profitabel sind. Und ich glaube, das Coolste ist, dass was ihr ja auch habt, ihr begeistert durch Produkte und dadurch ist die Monetarisierung ein Endresultat, was quasi das Ganze wieder füttert. Aber euer Main-Goal ist ja nicht, du sitzt dich ja nicht morgens hin und sagst so, wie mache ich Cash, so schnell es geht. Ganz im Gegenteil. Eben, ja. Und das ist, glaube ich, genau das Mindset, was man jungen Leuten mitgeben muss, wenn sie ins Unternehmertum schon gehen, dass man sagt, ey, fokussiert euch darauf, ein geiles Produkt zu bauen, was irgendeinen Impact hat. Muss nicht unbedingt immer gesellschaftlich sein, aber etwas, was durch das Produkt an sich schon das Leben cooler macht. Und ich glaube, wir haben so viel Potenzial auch bei jungen Leuten. Wir kriegen das ja jeden Tag mit. Unsere Hauptnutzerschaft sind ja genau die Leute, das ist ja jedes Jahr eine neue Generation quasi. Die haben teilweise echt krasses Potenzial. Wir merken es auch bei Startup-Teams beispielsweise. Sehr coole Organisation. Shoutout an Hauke Schwietzner und sein Team. Viele Grüße. Auf jeden Fall, das ist wirklich krass, was man da jedes Jahr sieht an jungen Leuten, die Ideen haben, die teilweise 14, 15 Jahre alt sind und fertige Prototypen von einem Roboterarm oder sowas präsentieren. Wirklich krass. Und die in die richtige Line zu führen, dass man sagt, mach Unternehmertum, wenn du Bock drauf hast, aber mach es mit dem Hintergedanken nicht nur wegen Geld, sondern vor allem, weil du irgendein Produkt baust, was Leben verändert und dadurch baust du ein Monetarisierungsmodell, was Sinn macht. Dann hast du, glaube ich, den Schlüssel. Absolut. Lass uns nochmal einmal das Thema wechseln und über Deutschland und Digitalisierung reden. Wir haben vorhin schon kurz das Thema angeschnitten, dass ihr natürlich eins der möglicherweise dicksten Bretter gebohrt habt bisher mit Simple Club. Jetzt ist natürlich durch Corona in Deutschland viel in Bewegung gekommen. Der Bedarf nach Digitalisierung ist meiner Meinung nach riesig und wird an vielen Stellen immer noch nicht richtig genutzt. Nicht nur in der Bildung, aber jetzt sind wir eben mal ganz spezifisch beim Thema Bildung. Was läuft da schief? Boah, wie viel Zeit hast du? Die Dinge, die du in der Schule lernst, sind überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage haben wir mit Themen zu tun wie KI oder Robotics oder was auch immer. So richtig zukunftsweisende Wege, die du in der Schule nicht lernst, während du da in der Schule gleichzeitig noch fünfmal im Jahr ein Gedicht analysieren musst. Genau, es entsteht der Eindruck, dass die Schule dich nicht wirklich aufs Leben da draußen, sie breitet dich aufs Leben vor, weil du dich im Pausenhof womöglich mal das ein oder andere mal durchsetzen musst, weil du deine Klassenkameraden hast, weil du in einer sozialen Umgebung, also all das ist natürlich da und da ist Schule auch insbesondere Präsenz, Unterricht total sinnvoll, aber die Lerninhalte, die ich heute bei Schülern erlebe oder bei unseren Azubis, wenn sie dann eben abgeschlossen haben, erlebe, sind zum größten Teil nicht lebensrelevant. Alleine dieses Thema von, überleg dir mal den dümmsten Weg, 30 Leute irgendwie aufs Leben vorzubereiten, dann würdest du darauf kommen, eine Lehrkraft vor diese 30 Leute zu setzen im Frontalunterricht. Das ist so auf der Top 10 Liste wahrscheinlich mit unten das dümmste, was du machen kannst. Das heißt, keinerlei Individualisierung, kein eingehen auf individuelle Hintergründe, keine Anpassung je nach Lernniveau. Das ist ja die Situation, wo wir heute immer noch in Schulen konfrontieren. Die Leute schalten irgendwann ab. Natürlich, wenn die irgendwie den ganzen Tag Unterricht haben, können die nicht mehr so gutes Wissen aufnehmen. Es gibt unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten. Allein dieses Mindset, was manche Lehrkräfte uns damals auch gesagt haben, wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Teil an Leuten. Ich weiß auch, wie einer meiner Props damals im Hörsaal saß und gesagt hat, okay, an alle neuen Studenten hier, die drin sitzen, guck mal nach links und rechts, in zwei Monaten oder zwei Semestern wird einer von beiden nicht mehr da sein. Wo ich so dachte, das ist eigentlich ein dummer Satz, das als jemand zu sagen, der lehrt, weil das ist ja mit deiner Verantwortung, die Leute durchzubringen. Ziemlich blöde Aussage. Also ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die andere Seite der Medaille die Frustration vieler Lehrer oder Profs an Unis auch nachvollziehen, weil sie natürlich mit dem System arbeiten müssen, wie es im Moment ausgeprägt ist. Es gibt auch ohne Ende gute Beispiele von Lehrern, die sich sehr stark einsetzen für ihre Schüler, von Schuldirektoren, die ihre Schulen modernisieren wollen. Ich kann mich in meiner eigenen Schulaufbahn mit Sicherheit an drei, vier sehr, sehr gute Lehrer erinnern, die mich alle entscheidend geprägt haben. Englisch Lehrer, ohne den würde ich heute nicht Englisch sprechen. Eine Mathelehrerin, die dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt durch die Schule gekommen bin. War nicht mein stärkstes Fach. Oder auch eine Grundschuldirektorin, wo ich jahrelang nach Abschluss meiner vierten Klasse und Transfer zum Gymnasium immer noch mit meinen Zeugnissen gegangen bin, bis bestimmt zur zehnten, elften Klasse, um ihr meine Noten zu zeigen, um ein Feedback abzuholen, weil sie so, das habe nicht nur ich gemacht, es haben auch viele, viele andere gemacht, weil sie uns Kids so sehr abgeholt und so sehr mitgenommen hat. Ich glaube aber, wenn du das Bildungssystem in Deutschland grundsätzlich verbessern willst, hast du allein dieses Problem, dass du diese verschiedenen Bundesländer hast. Du musst es halt Bundesland für Bundesland machen. Du hast das Bundesministerium für Bildung und Forschung, dann hast du gleichzeitig aber auch das Thema Bildung ist Ländersache. Das heißt, du hast die Kultusministerkonferenz. Die zwei verstehen sich nicht wirklich optimal. Das ist in sich schon ein Problem tatsächlich. Und dann hast du in den Ländern selber nochmal diese Ebenen, Landesinstitute auf kommunaler Ebene, Schulträger und so weiter. Und du musst über alle Ebenen irgendwie gehen. Und wenn du zum Beispiel so ein Produkt wie uns flächendeckend einführen willst, das geht aktuell noch nicht, weil es einfach strukturell so negativ verzahnt ist, dass du nichts verändern kannst. Wenn du jetzt mal eine Sekunde lang alle diese Barrieren dir wegdenkst, wie sähe für dich ein ideales Bildungssystem in Deutschland aus? Also ich glaube, ein physischer Ort ist nach wie vor wichtig, wie du gesagt hast. Ich glaube, die Wissensvermittlung an sich kann viel besser digital stattfinden, weil du dann individueller auf die Lerngeschwindigkeiten eingehen kannst. Dann kann der Ort Schule aber viel mehr dafür genutzt werden, das vorhandene Wissen in der Praxis anzuwenden, in echten Projekten. Oder wenn ich mir vorstelle, dass eine Schulklasse an Leuten, die super motiviert sind und Bock haben zu lernen, an echten Problemen arbeiten, von denen sie auch wissen, dass es echte Probleme sind und wenn sie eine Lösung erarbeiten, das wirklich einen Wert gestiftet hat, das ist ja eine viel größere Motivation, als wenn du Mathebuch irgendeine Aufgabe lösen musst, wo ein Typ an der Tankstelle mit seinem Auto mit zehn Millionen im Kofferraum sitzt, also Bullshit. Also heißt, mehr eingehen auf die individuellen Bedürfnisse durch digitale Produkte, mehr Gruppenübungen, Case Studies und Arbeiten an realen Problemen, was noch? Genau, quasi die Umsetzung vor Ort und ich glaube, wenn du es hinbekommst, den Übergang ins reale Leben noch mehr seamless zu gestalten, indem du vielleicht auch Leute aus der Berufswelt in die Schule mit einlädst. Angenommen, du würdest jetzt das Schulsystem neu definieren, hättest du in fünf Jahren das gleiche Problem wie jetzt, weil es wiederum nicht mehr zeitgemäß ist. Das heißt, du musst ein System entwickeln, was dynamisch genug ist, mit der Zeit auch mitzulaufen. Das heißt, würde das bedeuten, deiner Meinung nach den Schulen mehr Verantwortung darüber zu geben, was sie lehren? Ich glaube, dass du 16 unterschiedliche Bildungsniveaus innerhalb von Deutschland hast, das ist Bullshit. Dass am Ende die Abitur unterschiedlich wert sind, das ist einfach so und das darf nicht sein, das macht keinen Sinn. Auf der anderen Ebene haben die Schulen selbst viel zu wenig Eigenverantwortungsmöglichkeiten, solche Tools einzukaufen beispielsweise. Da gibt es dann den Digitalpakt, ewig langer Prozess, sauschwer da irgendwie an Geld zu bekommen und dann ist er auch nur für bestimmte Use Cases anwendbar. Ich glaube, wenn du da es schaffst, dass Schulen selber Entscheidungen treffen können, von denen sie glauben, dass sie für ihre eigene Schülerschaft am besten sind, du hast die Kompetenz vor Ort. Das heißt, dann würdest du auf einmal Best Practices generieren. Also was du ja sagst, es gibt den Schulen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Lasse sie sich entwickeln und suche dann nach guten Beispielen, die du wiederum auf andere Schulen übertragen kannst. Richtig, ja. Und das Gute ist, dadurch schaffst du auch dieses, oder hast du das Problem gelöst, dass es unterschiedliche Kommunalfinanzierungen gibt, weil es gibt Schulen, die sind in Kommunen, die sind super rich und dann gibt es andere, die können sich noch nicht mal ein Overhead-Projektor leisten. Jetzt ist Alex Giesecke, 28 Jahre alt, hat mit Nikolaj zusammen eine saubere Story erzählt. Ihr habt viel erreicht. Wie geht es für dich weiter? Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht mal richtig am Anfang. Also es ist, wenn ich mir vorstelle, wie groß die Gap ist von dem, wo wir heute stehen, zu der Vision We Educate the World, ist es noch so viel Reise vor uns, dass ich noch nicht mal anfange, darüber nachzudenken, dass wir schon irgendwie viel erreicht haben. Mir geht es auch so, ich habe das Gefühl, wir haben, klar, wir haben viele Dinge aufgebaut, wir haben auch sehr viele Fehler gemacht und am Ende bin ich überhaupt nicht in der Situation zu sagen, wenn ich mich auch mit anderen Familienunternehmern beispielsweise vergleiche, dass wir ansatzweise auf einem ähnlichen Level sind. Deswegen glaube ich, das humbelt uns sehr stark. Gleichzeitig glaube ich, dass wir SimpleClub, das wird nicht das einzige Unternehmen sein, was wir gründen. Ich habe nämlich auch mit Nico zusammen schon so oft darüber gesprochen, wir haben Lust, Impact zu stiften in der Welt durch die Unternehmen, die wir aufbauen. Eins ist im Bildungsbereich, vielleicht bauen wir das weiter, übergeben das vielleicht irgendwann. Da haben wir noch keine klare, ich würde sagen mal, Storyline dahin, weil aktuell ist es einfach unser Baby und wir wollen es so groß machen, wie es nur geht. Aber langfristig ist mein Bild oder unser Bild, dass wir am Ende unseres Lebens da sitzen wollen und sagen wollen, jede Minute, die wir irgendwie investiert haben, hat irgendwo in der Welt etwas besser gemacht und im Idealfall schafft wir das durch Unternehmertum. Sag ich immer, mein größter Feind im Leben ist der Satz, hätte ich mal. Und immer wenn ich ein hätte ich mal vermieden kriege, indem ich was umsetze, glaube ich, habe ich die Wahrscheinlichkeit hergestellt, am Ende auf ein Leben zurückzublicken, mit dem ich zufrieden bin. Lieber Alex, vielen Dank, dass du da warst. Unten hat mich Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Tolle Vision, tolle Company. Ich muss sagen, ich fahre voll drauf ab. Ich finde das, was ihr da macht, stiftet eine ganze Menge Sinn. Es ist eine absolut faszinierende Story, die außergewöhnlich ist, mit zwei Jungs, die in der 11. Klasse anfangen, was zu bauen, was sich dann so entwickelt. Wir brauchen mehr solche Leute wie euch in Deutschland, alle zusammen, damit wir uns als Standort auch entsprechend weiter in der Welt behaupten können. Danke, dass du die Zeit genommen hast und viel Erfolg. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Und da geht es um, herself zu öffnen, was die keine Zeit